Oh mein Gott! Oh mein Gott! Auf der nächsten Arriving, Airbus A320, Line-Up-Runway 25, left and right behind, Lufthansa 2342. Ich hab sie geschaltet, Hotel ist current. Erfung mir aus. Dann ist Disconnected von meiner Seite. Eurocharter 25 Kilo, Contact Apron 121.855, bye bye. 1-2-1-855, Eurocharter 25 Kilo, bye bye. Alpine 78, Delta Mike, do go around. Alpine 78, Delta Mike, roger. Departure Tower. Alpine 78, Delta Mike, macht ein go around. Roger. Alpine 78, Delta Mike, fly published, Mr. Proach. Roger. Hallo, hallo an alle in Chat. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist gut was los hier gerade in Berlin. Ich bin hier reingesprungen. Übergabe war viel los. Ich muss gerade ein bisschen hier abarbeiten. Ja, ja, ja. Okay, dann ist jetzt India current. Alpine 78, Delta Mike, Contact Bremen Radar. 1-2-0, Decimal 6-3-0. 1-2-0, Decimal 6-3-0, Alpine 79, Delta Mike. So, dann lassen wir denen noch ein bisschen Zeit. Da ist nämlich gerade ein go around gemacht. Und dann kann die Lufthansa da hinterher starten. Wenn ich gerade sinnlos ins Off quatsche für euch, ich bin halt mit dem ganzen Haufen anderen Lotsen im Teamspeak, denn wir haben Delivery, wir haben Ground. Ich bin auf dem Tower, über mir ist noch der Approach online. Es ist gut was los. Und dabei ist nicht mal Event. Vielleicht wissen das Piloten, aber auch nicht, dass es kein Event ist. Keine Ahnung. Ich denke, es ist jetzt jeden Donnerstag, Berlin Thursday. Ich lasse dir hier noch ein bisschen Platz. Lufthansa 2342, Wind 1-6-0, Decrees 9-0, Runway 25 left, cleared for takeoff. Runway 25 left, cleared for takeoff. Lufthansa 2342. Ach, ich und die Steuerung hier. Ja, das sollte passen. Danke, ciao, ciao. Felix war das. Alles gut. Moin, einfach Johnson. Hallo, hallo an alle an Chat. Schön, dass ihr dabei seid. Ich glaube, es hat sich jetzt auch gerade so ein bisschen gelegt. Wir haben immer noch einige Departures auf der Liste. Dadurch, dass wir aber ein Delivery haben, gehe ich davon aus, dass sie in ganz angenehmen Abständen gleich los wollen. Und nicht zehn Flieger auf einmal pushen. Ich muss das hier mir einmal umstellen. Labels. Dankeschön. Also nur, wenn ich mich jetzt hier trollen. So. Also nur die, die irgendeinen Status haben, werden angezeigt. Go. Okay. Ich habe das gelesen im Forum. Ich dachte, das bezog sich aber nur auf Hamburg, Hannover oder Bremen. Da stand nichts von Berlin. Ah, okay. Dann habe ich das übersehen. Sorry. Weiß ich Bescheid. Was kommt da an? Einer, der nach E-Daz möchte. Fliegt AFA. Okay. Lufthansa 2342. Contact Bremen Radar. 120.630. Bye, bye. Bremen Radar. 120.630. Schön streamen auf Lufthansa 2342. Dankeschön. Ich bin ja gerade immer noch so ein bisschen am Finden. Aber so sieht das, glaube ich, gerade ganz gut aus. Die Lufthansa macht einen Push. Drei andere haben Startup. Okay. Ansonsten verkehrstechnisch gerade keiner weiter inbound. Und dann ist es ja eigentlich ganz entspannt. Einfach Johnson schreibt, ich habe mir vor ein paar Tagen den Simwings Munich V2 Flughafen gefunden. Sieht so gut aus. Ist das so? Ich muss sagen, ich glaube, ich war, ich kann noch an einer Hand abzählen, wie oft ich von München ausgeflogen bin. Im Flight Simulator. Vielleicht, naja, vielleicht brauche ich schon eine zweite Hand dazu. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht so super häufig gewesen. Und ich kenne den Flughafen in echt, glaube ich. Also ich war schon einmal in München in echt, aber das ist schon 20 Jahre her. Deswegen habe ich auch keine Ahnung, wie der in echt aussieht. Aber eine gute Szenerie schadet auf jeden Fall nicht. Tower, Ryanair 17 Alpha, short of Bravo Taxi. Ryanair 17 Alpha, Berlin Tower, hello. Taxi to Holding Point, Runway 25 left via Victor 2, Mike 7. Die falschen Runways ausgedrückt. I have Victor 2, Mike 7, 25 left for 17 Alpha. Ja, die falschen Runways. Schaut besser aus. Hier steht Caution drin. Auch interessant. Ryanair 17 Alpha, Wind 160 degrees, 11 knots, Runway 25 left, cleared for takeoff. Takeoff, takeoff, uh, 17 Alpha. So, mal gucken. Dann, der hat ein Wait, der hat ein Pushback. Euro Wings 4, Zero Mike hat Pushback. ECS da oben, das ist der Postman, hat schon Pushback. Wir haben ein paar Regenschauer. Deswegen sieht es auf meiner Kamera sehr neblig aus. Das ist halt tatsächlich kein Nebel, sondern tatsächlich schon Regen. Kamera steht mal wieder an der Südbahn. Das heißt, wir sehen da gerade auf der Kamera die Ryanair 17 Alpha hoffentlich gleich mal auf die Piste rollen und losstarten. Lufthansa 17 hat sich bei mir nicht gemeldet und ist einfach mal fröhlich irgendwo hingerollt. Er hat mit Sicherheit ein Hold Short auf Bravo bekommen. Apron Tower. Lufthansa 17, hast du die geschickt? Okay, aber die hatte, die hatte auch ein Hold Short auf Bravo. Okay. Er hat sich aber noch nicht gemeldet. Berlin Tower, Lufthansa 17. Lufthansa 17, good evening, ready for start-up with, sorry, correction, ready for take-off with information golf. Lufthansa 17. Lufthansa 17, Berlin Tower, hello, line-up runway 25 left. Line-up runway 25 left for Lufthansa 17. Ryanair 17, contact Bremen Radar 120, decimal 630, bye-bye. Moment. All right, say again, the frequency again, 120 what? 120, decimal 630. 120, 630, uh, 60, or something else, yeah. Go. Dator, hallo, Alpine 78, Delta Mike, Estelle, Charles 25 left, back. Alpine 78, Delta Mike, Berlin Tower, hello again, one departure ahead. Lufthansa 17, wind 160 degrees, 11 knots, runway 25 left, cleared for take-off. Say again, for Lufthansa 17. Lufthansa 17, wind 160 degrees, 11 knots, runway 25 left, cleared for take-off. Cleared for take-off, runway 25 left, thank you. Lufthansa 17. Und Alpine 78, Delta Mike, reduced to final approach speed. Final approach speed, roger. Oh, ich hoffe, der Kollege kommt jetzt hier los. Wenn er jetzt noch hier stehen bleibt auf der Piste, ne? Komm schon. Er rollt. Rollt er. Er rollt. Langsam. Uiuiui. Alpine 78, Delta Mike, expect late clearance. Der Wind 160 degrees, 11 knots. Oh, schau, Alpine 78, der ist nicht mal. Man kann es auch spannend machen. Der nutzt auf jeden Fall die Piste voll aus. War noch nicht in der Luft. Da ist er zumindest die Pistenschwelle verlassen. Alpine 78, Delta Mike, runway 25 left, cleared for land. Cleared for land, Rob. Das ist 25 left, Alpine 78, Delta Mike. Letzte Sekunde. Ach, pfuh. Da warst du noch nicht beim Event in Berlin. Berlin da. Servus, Austrian Ford Charlie, bravo. Hold short and make. Austrian Ford Charlie, bravo. Berlin Tower, hello. Taxi to holding point runway 25 left. War ja bravo, Mike 8. Uff, wieso kriege ich den hier nicht mehr? Warum? Postman 33 Alpha on Victor 3, holding short Charlie. Wer war das jetzt? Holding short of Charlie da oben. Postman 33 Alpha, Berlin Tower, hello. Taxi to holding point runway 25 right via Charlie and Lima 8. Postman 33 Alpha. Jetzt hat er gerade mal 300 Fuß erreicht, krass. Austrian Ford Charlie, bravo. Hold short, bravo. Alpine 78, Delta Mike, taxi via Bravo, hold short of Victor 1. Taxi via Bravo, hold short of Victor 1, Alpine 78, Delta Mike. Ey, was ist denn hier los? Okay. Berlin Tower, hello. Austrian Ford Charlie, bravo. Hold short, bravo. Austrian Ford Charlie, bravo. Berlin Tower, do you read me? Yes. Austrian Ford Charlie, bravo. Taxi to holding point runway 25 left via Bravo and Mike 8. Taxi, holding point 25 left. Ich hab doch mit dem schon gesprochen. Was ist denn hier los? Ganz kurz. Sorry, Departure Tower. Runner 99, Zulu, Tango, holding short, bravo. Die Lufthansa 17, ich hab keine Ahnung, was der gemacht hat. Der ist erst mal zwei Meilen auf 300 Fuß geflogen. Ich würde ihn jetzt einfach mal rüberschicken. Lufthansa 17, contact Bremen Radar, 120.630. Bye-bye. Contact Radar on 120.630 for Lufthansa 17. Bye-bye. Euro Wings 40 Mike, Berlin Tower, hello. Taxi to holding point runway 25 left via Bravo Mike Niner. Euro Wings 40 Mike, hello. Taxi to holding point 25 left via Bravo and Mike Niner. Ryanair 999 Zulu Tango, taxi to holding point runway 25 left via Victor 2 Mike 7. Runner 999 Zulu Tango, korrekt. Postman 33 Alpha, wind 160 degrees, 11 knots, runway 25 right, cleared for takeoff. Austrian 4 Charlie, bravo, wind 160 knots, 160 degrees, 11 knots, runway 25 left, cleared for takeoff. Runway 25 left, cleared for takeoff, Austrian 4 Charlie, bravo. Austrian 4 Charlie, bravo. Austrian 4 Charlie, bravo, wind 160 knots, 160 degrees, 11 knots, runway 25 left, cleared for takeoff. Alpine 78 Delta Mike, contact apron 121.855, bye-bye. So, also Lufthansa 2 Lima Bravo, das wurde gerade hier im Teamspeak diskutiert, deswegen war ich gerade auch ziemlich abgelenkt. Hat sich wohl gemeldet mit einem Mayday, Mayday, Mayday Cargo Fire. Aber Cargo Fire ist jetzt wohl extinguished und eigentlich ist wieder alles gut, keine Ahnung. Und er hat das irgendwie über den Delivery-Lotsen kommuniziert, per Chat. Und ich sag's euch, ist heute irgendwie Chaos Thursday in Berlin, also. Eieiei, wo steht denn da überall ein J? Hier ist der Wurm drin. Ja, irgendwie krieg ich gerade keine Ruhe rein, das stört mich gerade so ein bisschen hier. Der möchte auch zur 25... Rechts, so wie's aussieht. Euro Wings 4-0 Mike, line-up runway 25 left. Euro Wings 4-0 Mike, line-up runway 25 left. Postman 3-3 Alpha, contact Bremen Radar. 1-2-0, decimal 3-4-0. Bye-bye. 1-2-0, 3-4-0 for Postman 3-3 Alpha, thanks. Austrian 4-4-0, bravo, contact Bremen Radar, 1-2-0, decimal 6-3-0. Bye-bye. Contact Bremen Radar, 1-2-0, decimal 6-3-0, send for Charlie Bravo, thank you, ciao. Euro Wings 4-0 Mike, wind 1-6-0 degrees, 1-1 knots. Runway 25 left, cleared for takeoff. 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 Warum steht denn der da immer noch? Tower, good evening, number 561 Tango, visual 25 right. November 561 Tango, Berlin Tower, hello. Wind 1-6-0 degrees, 1-1 knots. Runway 25 right, cleared to land. 24 right, cleared to land, number 561 Tango, thank you, sir. Delta 0-1, so ein komisches Stand klingt. Haben wir noch was besseres? GAT, das macht schon mehr Sinn. Der hat schon takeoff, warum takeofft der noch nicht? Warum steht der Kollege da noch? 1-2-1, 8-5-5, ist die richtige Frequenz für den Apron. Noch einer mit einem Caution Tag. Lotsen dürfen das auch ablehnen, ganz genau. Ryanair 9er, 9er Zulu Tango, line-up runway 25 left. Ryanair 9er, 9er Zulu Tango, line-up runway 25 left. Eurowings 4-0 Mike, contact Bremen Raider, 1-2-0, decimal 6-3-0. Bye-bye. Eurowings 4-0 Mike, contact Bremen Raider, und 1-2-0, decimal 6-3-0. Ciao. Ist er jetzt vor Oscar Mike oder vor Zero Mike? Man weiß es nicht. Lufthansa 2-0, bravo, Berlin Tower, hello, one departure ahead. Roger, Lufthansa 2-0, bravo. Ryanair 9er, 9er Zulu Tango, wind 1-6-0 degrees, 1-1 knots, runway 25 left, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 25 left, Ryanair 9er, 9er Zulu Tango. Berlin Tower, Lufthansa 7, Foxtrot, Foxtrot, holding short, echo. Lufthansa 7, Foxtrot, Foxtrot, Berlin Tower, hello, taxi to holding point, runway 25 left via Victor 2, Mike 7. Taxi holding point, runway 25 left via Victor 2 and Mike 7, 47, Foxtrot, Foxtrot. Lufthansa 2, lima, bravo, expect late clearance, wind 1-6-0 degrees, 1-1 knots. Moment. Roger, Lufthansa 2, lima, bravo. Terry, good evening, Sierra, Echo Alpha, hotel Lima, Berlin Tower, hello, continue the approach. Continue the approach, Sierra, to Lima. Lufthansa 2, lima, bravo, runway 25 left, cleared to land. Cleared to land, runway 25 left, Lufthansa 2, lima, bravo. November 561, Tango, taxi via Lima 4, Yankee 3, hold short of Charlie. And Yankee 3, hold short of Charlie, number 561, Tango. November 561, Tango, via Victor 3, sorry, my mistake. Never mind, Victor 3, hold short of Charlie, number 561, Tango, Victor 3. Tower hört? Ich habe ihm Victor 2 gegeben, keine Ahnung. Sorry, hatte ich gerade nicht auf dem Schirm, was er da tut. Sierra, Hotel Lima, wind 1-6-0 degrees, 1-1 knots, runway 25 right, cleared to land. Zutland 25 right, Sierra, to Lima. Ryanair 999, Zulu Tango, contact Bremen Radar, 1-2-0, decimal 6-3-0, bye-bye. 1-2-0, decimal 3-6-0, goodbye, Ryanair 999, Zulu Tango. Negative, decimal 6-3-0. Decimal 6-3-0, sorry. Lufthansa to Lima, Bravo, taxi via Romeo, Alpha, hold short of Victor 1. Taxi via Romeo, Alpha, hold short of Victor 1. Lufthansa to Lima, Bravo. November 561, Tango, taxi to General Aviation Parking via Charlie and Lima 6. Roger, taxi via Charlie and Lima 6 to General Aviation Parking, November 561, Tango. Lufthansa 7, Foxtrot, Foxtrot, wind 1-6-0 degrees, 1-1 knots, runway 25 left, cleared for takeoff. 25 left, cleared for takeoff, 7-5-4, Foxtrot. Was war das? Ich habe ein Tau gehört. Last Station, say again. Euro Wings 8 X-Ray Hotel, we are on Victor 2, holding short of Bravo, Abo, Intersection, Mike 7. Euro Wings 8 X-Ray Hotel, Roger, taxi to Holding Point, runway 25 left via Victor 2, Mike 7. Taxi Holding Point, 2-5-Left via Victor 2, Mike 7, Euro Wings 8, Taxi Hotel. LL-Fall Niner, hello, with you. LL-Fall Niner, Berlin Tower, hello. Man muss kurz warten. Richtig geil, der Traffic. Haben aber auch gute Vorarbeit geleistet, bevor du da warst. Ja, es ist gut was los, aber es ist echt spannend. Man muss wirklich gucken, was die Piloten heute hier treiben. Irgendwie kann man mich da noch nicht so drauf verlassen. Lufthansa 2 Lima Bravo, contact Berlin Apron, 1-2-1, decimal 8-5-5. Bye, bye. Contact Berlin Apron, 1-2-1, decimal 8-5-5, Lufthansa 2 Lima Bravo. Servus. LL-Fall Niner, Berlin Apron, 1-6-Mike-Heavy, 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 correction. With you, inbound, I have a 2-5. 1-1-9, Rata. Speedbird, 1-6-Mike-Heavy, Berlin Tower, hello, you're number 2. Number 2, 1-6-Mike-Heavy. Tower, good evening, Scandinavian 2678, short of Charlie. Scandinavian 2678, Berlin Tower, hello. Taxi to Holding Point, Runway 25R via Charlie and Lima 7. Taxi to Runway 25R via Charlie and Holding Point, Lima 7, Scandinavian 2678. Lufthansa 7, Foxtrot, Foxtrot, you were cleared for take-off. No delay, please. Uh, we're on the roll now for listeners of Sam, Foxtrot, Foxtrot. Speedbird 995, request for taxi. Uh, Speedbird 995, Berlin Tower, hello. Taxi to Holding Point, Runway 25R via Kilo 1, Golf, Kilo 6. Speedbird 995, Berlin Tower, hello. Taxi to Holding Point, Runway 25R via Kilo 1, Golf, Kilo 6. Speedbird 995, Taxi to Holding Point, Runway 25R via Kilo 1, Golf, Kilo 6. LAL4 on Niner, wind 1, 6, 0 degrees, 1, 1 knots, Runway 25L, clear to land. 25L, clear to land, off camera. Lufthansa 7, Foxtrot, Foxtrot, contact Bremen Radar, 1, 2, 0, Decimal 6, 3, 0, bye-bye. Heute ist kein Event, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ganz ruhig bleiben. Okay, sorry about the delay there. Contact Bremen Radar on 1, 3, 4, Decimal 7, 7, 5. Lufthansa 7, Foxtrot, Foxtrot, negative. Frequency is 1, 2, 0, Decimal 6, 3, 0. Ja, hat er halt in der Chart abgelesen oder irgendwo im V-Pilot. Contact Bremen Radar on 1, 2, 6, Decimal 6, 3, 0, for Lufthansa 7, Foxtrot, Foxtrot. Ja, Lufthansa 7, Foxtrot, Foxtrot, it's 1, 2, 0, Decimal 6, 3, 0. Apologies so much, 1, 2, 0, Decimal 6, 3, 0, for Sam, Foxtrot, Foxtrot. Korrekt, bye-bye. Sierra Hotel Lima, Request Taxi. Sierra Hotel Lima, Taxi to General Aviation Parking via Victor Ford, Charlie Lima 6. Der nimmt auch die ganze Runway. Berlin Tower, guten Abend, German Wings, 9, 9, Uniform, Whiskey, Berlin Tower, hello, Taxi tolling point, Runway 25L via Bravo and Mike 8. German Wings, 9, Uniform, Whiskey, Taxi to General Aviation Parking via Bravo and Mike 8. LL 49er, there's traffic two miles behind, please expedite your vacate. Could you please take in for us now? Speedbird 1, 6, Mike, Quebec, expect late clearance, wind 1, 6, 0, Degrees, 1, 1, Nots. Expect late clearance, expecting the approach, 1, 6, Mike, Quebec. Speedbird 1, 6, Mike, Quebec, Runway 25L, clear to land. Clear to land, 25L, copy. Berlin Tower, schönen guten Abend, Swiss One Golf Delta. Wo steht denn der? Swiss One Golf Delta, Berlin Tower, hello, Taxi to Holding Point, Runway 25L via Victor 2, Mike 7. Via Victor 2, Mike 7, 23L, correction, 25L, Swiss One Golf Delta. Gut, der hat sich disconnected, das macht es umso einfacher. Scandinavian, 2678, Wind, 1, 6, 0, Degrees, 1, 0, Nots, Runway 25R, cleared for takeoff. German Wings, 9er, Uniform, Whisky, Line Up, Runway 25L. Line Up, 25L, German Wings, 9er, Uniform, Whisky. So, Arrival ist leer, dann können wir auch nicht rausjagen. Berlin Tower, guten Abend, Euro Wings, 4, Alpha Echo, Holding Ford, Bravo. Euro Wings, 4, Alpha Echo, Berlin Tower, hello, Taxi to Holding Point, Runway 25L. via Bravo and Mike 8. Euro Wings, 4, Alpha Echo, Taxi, Holding Point 25L via Bravo and Mike 8. Euro Wings, 8, X-Ray, Hotel, Line Up, Runway 25L. Line Up, Runway 25L, here we see Taxi Hotel. Berlin Tower, Leipzig, S3, 0, 1, 8, Holding Short and Bravo. Leipzig, S3, 0, 1, 8, Berlin Tower, hello, Taxi to Holding Point, Runway 25L via Victor 2, Mike 7. 2, 2, 5, left via Victor 2 and Mike 7, Leipzig, S3, 0, 1, 8. Speedbird, 1, 6, Mike, back, welcome to Berlin, Taxi via Alpha, Hold Short of Victor 1. Taxi, I'll follow Short of Victor 1, 1, 6, Mike, back. Euro Wings, 8, X-Ray, Hotel, Wind, 1, 6, 0, degrees, 1, 0, knots, Runway 25L, cleared for takeoff. Landratte, vielen Dank fürs Abo, sorry, ich hab das erst jetzt gesehen, guten Morgen an dich zurück. Acht Monate, Wahnsinn, ich glaub, damit bist du auf jeden Fall einer der allerersten, hast ja deswegen auch nicht unverdient dir eins dran stehen. Vielen, vielen Dank dafür. Und Neckritt, 21 und Bnot, 72 und Johan Rader, danke fürs Folgen. Oh, Runway 25L, right. Speedbird, 9, 9, 9, 5, thank you. Wind, 1, 6, 0, degrees, 1, 0, knots, Runway 25L, cleared for takeoff. Speedbird, 9, 9, 9, 5, Wind, 1, 6, 0, degrees, 1, 0, knots, Runway 25L, cleared for takeoff. Speed, 1, speed, 1, 6, 0, uh... Ihr macht mich grad kaputt, Leute. Scandinavian 2678, contact Bremen Radar, 120.340, bye bye. 120.340, Scandinavian 2678, see ya. Eurowings 8 X-Ray Hotel, contact Bremen Radar, 120.630, bye bye. German Wings, 9, 9, Uniform, Whisky, Wind, 1, 6, 0, degrees, 1, 6, 0, degrees, 1, 0, degrees, 1, 0, knots, Runway 25L, cleared for takeoff. German Wings, 9, Uniform, Whisky, Runway 25L, cleared for takeoff. So, kriegen wir noch welche raus? Wir kriegen noch welche raus. Eurowings 4 Alpha Echo behind, departing Eurowings 4 Alpha Echo behind, departing Eurowings 8, correction, German Wings 8, 3, 19, line up 25L, left behind. Speedbird, 9, 9, 5, contact Bremen Radar, 120.340, bye bye. 120.340, give me the frequency again. Frequency 120.340. 120.340, have a nice day, Speedbird 99. Bye bye. Swiss 1 Golf Delta, line up Runway 25L, Swiss 1 Golf Delta, line up 25L, Speedbird, 16L, Mike Quebec, contact Berlin Apron 121.855 Bye-bye Germanwings 9-9-Uniform Whiskey contact Bremen Radar 120.630 Bye-bye Hallo Timmy Mann, Mann, Mann Sorry, ich hab den Flieger in der Tower View vorhin nicht gesehen, aber cool So Der fliegt Lockto, der fliegt Lockto Müssen wir ein bisschen Platz lassen, der fliegt auch Lockto Das ist alles ein bisschen ungünstig Lufthansa 7 Papa Yankee, Berlin Tower, hello Taxi to Holding Point, Runway 25L via Bravo and Mike 8 Swiss One Golf Delta Wind 160 Degrees 10 Nots Runway 25L Cleared for takeoff Swiss One Golf Delta Runway 25L Er hat's mit seinem 2Tree Und den hatte ich weggeschickt Was wird das? Die Swiss sieht nicht so aus, als würde er starten wollen Er schleicht da auch über den Runway Okay Er ist in der Luft Warten wir noch kurz, dass die Swiss so 2 Meilen zur Pistenschwelle hat Dann können wir den nächsten rausjagen Und nochmal 2 Lineups machen Bevor hier der Beeline-Kollege ankommt Euro Wings 4 Alpha Echo Wind 160 Degrees 10 Nots Runway 25L Cleared for takeoff Euro Wings 4 Alpha Echo 25L Cleared for takeoff Swiss One Golf Delta Contact Bremen Radar 120 Decimal 630 Bye Bye Bremen Radar 120 630 Swiss One Girls Delta Bye Bye Lufthansa 7 Papa Yankee Lineup Runway 25L Lufthansa 7 Papa Yankee Lufthansa 7 Papa Yankee Leipzig Air 3018 Lineup Runway 25L Leipzig Air 3018 Lineup 25L 14 Leute im Stream Hallo an alle erstmal Und warum sehe ich hier nicht schon 5 VfR Flieger bei mir stehen? Wo seid ihr alle? Wozu haben wir das ganze VfR Training gemacht? Wenn jetzt keiner kommt Wir sollten nicht zu laut rufen Wenn ich jetzt noch 2 VfR laut oder so hätte Wäre ich ganz schön am rotieren Bei dem Traffic Leipzig Air 3018 Wind 160 Degrees 10 Nots Runway 25L Cleared for takeoff Leipzig Air 301 Air Cleared for takeoff Euro Wings 4 Alpha Echo Contact Bremen Radar 120 Decimal 630 Bye Bye Euro Wings 4 Alpha Echo 120630 Euro Wings 4 Alpha Echo Wen haben wir geschickt? Lufthansa 7 Papa Yankee Lufthansa 7 Papa Yankee Wind 160 Degrees 10 Nots Runway 25L Cleared for takeoff Leipzig Air 3018 Contact Bremen Radar 120 Decimal 630 Bye Bye Premier Term 120630 Leipzig Air 3018 Danke, ciao Der Kollege hier, das sah nicht so aus, als würde er hier Berlin Tower Schönen guten Abend Lufthansa 7 Romeo Delta Texting to Fox Lufthansa 7 Romeo Delta Berlin Tower Hello Taxi to Holding Point Runway 25R Via Charlie and Lima 7 Holding Point 25R Via Charlie and Lima 7 7 Romeo Der Beeline hat hier nicht so richtig Hat nicht so ganz das ALS getroffen, sah es so aus Berlin Tower Hello Beeline 1 Zulu Kilo Onilus 25L Beeline 1 Zulu Kilo Berlin Tower Hello One departure ahead Gotcha Beeline 1 Zulu Kilo Wind 160 Degrees 10 Nots Runway 25L Clear to land Runway 25L Clear to land Beeline 1 Zulu Kilo Lufthansa 7 Papa Yankee Contact Bremen Radar 120.630 Bye Bye 120.630 Danke, dass du das Tschüss Tüt, 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 tüt So, Kinders Wie geht's euch denn? Hattet ihr alle einen wunderschönen Donnerstag? Freut ihr euch schon auf einen halben Tag morgen und dann ist Feierabend? Oder arbeitet ihr nicht in einer Behörde? Danke, Scary Wesens einer, der sich hier um mein Wohl kümmert Mann, Mann, Mann Warum ist denn das in letzter Zeit so? Liegt das an mir? So, dass ich Am Dienstag genauso in Hamburg Ich dachte so, Hamburg 18 Uhr Das ist bestimmt so richtig entspannt Geh ich online Plötzlich sind da 10 Flieger auf dem Apron Die alle los wollen Und ich bin da am Rotieren Wie blöde Dann denk ich mir so Naja, dann wenigstens Donnerstag in Berlin Alles ruhig Schön entspannt Ich komm online Sehe Delivery ist da Approach ist da Tower ist da Ground ist da Ich so, ach, was ist denn hier los? Auch nur am Rotieren Es wird Zeit, dass ich mal wieder Leipzig aufmache Drei Stunden Lotsen Fünf Flieger haben auf der Frequenz Gestern war ich nicht in Hamburg Aber trotzdem, danke für die gute Arbeit Vorgestern war das in Hamburg Am Dienstag Aber cool, er hat heute zwei Tests geschrieben Ich hoffe erfolgreich Ich drück die Daumen Ragell Umbrella hat heute die gleiche Einstellung Wie die meisten Piloten hier gefühlt Ein bisschen daneben Aber passt schon Lufthansa 7 Romeo Delta Wind 160 degrees 10 knots Runway 253 Killed for takeoff Killed for takeoff 253 7 Romeo Delta Kuss auf Nuss Okay Ich, äh Ich guck mal Aber cool, ob ich das eingebaut bekomme Kuss auf Nuss Easy 73 Foxtrot Bravo Berlin Tower Hello Continue Approach Was ist mit dem Kollegen hier B-Line 1 Zulu Kilo Taxi via Romeo Alpha Hold short of Victor 1 Taxi via Romeo In Alpha Hold short Victor 1 B-Line 1 Zulu Kilo Easy 73 Foxtrot Bravo Wind 160 degrees 10 knots Runway 25 left Clear to land Clear to land 35 left Easy 73 Foxtrot Bravo Naja, 35 left Aber Ja, wird schon passen Lufthansa da oben Ist auch noch nicht in Bewegung, ne? Jetzt aber Der ist auch lieber Lima 8 gerollt Hab ich gar nicht mitbekommen Naja Resignation Jeder Flieger ab sofort Contact Bremen Raider 1, 2, 4, 3, 4, 0 Oder so Und dann Schüsseldorf Musst aber auch für jeden Flieger Punkte bereit Bereithalten Dann mach ich das B-Line fährt auch ein bisschen Schlangenlinie Go Also Duzt du Lufthansa Seven Romeo Delta Contact Bremen Raider 1, 2, 0 Desimet 3, 4, 0 Bye, bye 1, 2, 0, 3, 4, 0 Schönen Abend Genau B-Line 1 Zulu Kilo Contact Berlin Apron 1, 2, 1 Decimal 8, 5, 5 Kuss auf Nuss Contact Berlin Apron 1, 2, 1, 8, 5, 5 Schönen Abend noch B-Line 1 Zulu Kilo Easy 7, 3 Foxtrot Bravo Welcome to Berlin Taxi via Romeo Alpha Hold short of Victor 1 Was ein geiler Typ Das Schüsseldorf Verwende ich aber nur Bei deutschsprachigen Piloten Sonst wird es glaube ich Ich glaube nicht Dass sie sonst verstehen Was ich von denen möchte Da müsst ihr ein Englisches Äquivalent Finden Dann wäre das auch Okay Da kommen jetzt auch Ein paar Arrivals rein So wie es aussieht Ja das ist halt das Ding Steht dir vor Du bist Du fliegst in Weiß nicht In Frankreich oder so Berlin Tower Good evening Alitalia 010 Holding short of Bravo Ready for departure Alitalia 010 Berlin Tower Hello Taxi to Holding Point Runway 25 Left via Victor 2 Mike 7 Taxi to Runway 25 Left via Victor 2 Mike 7 Alitalia 010 Apron Tower Good evening Ryanair 29 Correction 29 Yankee Holding short of Bravo On Victor 2 Okay Ryanair 29 Yankee Berlin Tower Hello Taxi to Holding Point Runway 25 Left via Victor 2 Mike 7 Follow the Airbus A320 In front of you Victor 2 Mike 7 Du Holding Point 25 Left Following the 320 In front Run 29 Yankee Nee hat sich Erledigt Easy 73 Foxtrot Bravo Contact Berlin Apron 1 to 1 Decimal 855 Bye bye Ich wollte gerade sagen stellt euch vor ihr seid in Frankreich und ihr seid da gerade gestartet und alles ist stressig als euer erster Wetzelflug und auf einmal sagt der Lotse zu euch irgendwas auf irgendwas auf Französisch und ihr seid dann so was hat der jetzt gesagt Man muss die Leute nicht unnötig verunsichern Ryanair 29 Yankee Bit of short notice but to enable Mike 7 Ryanair 29 Yankee No problem denn Taxi to Holding Point Runway 25 Left via Victor 2 Alpha Mike 8 Victor 2 Alpha Mike 8 Ryanair 29 Yankee Alitalia 010 Wind 160 Degrees 10 knots Runway 25 Left Cleared for takeoff Runway 25 Left Cleared for takeoff Alitalia 010 Tower Hello Euro Wings 23 Papa Holding Sherlock Bravo Euro Wings 23 Papa Berlin Tower Hello Taxi to Holding Point Runway 25 Left Via Victor 2 Mike 7 Wir sprechen sowieso alle Französisch da habe ich gehört es kommt schon mal vor dass die da Französisch sprechen aber manchmal sind da ja auch deswegen sage ich stellt euch vor ich gehe jetzt mal von aus ihr sprecht kein Französisch und stellt euch vor ihr würdet denn da fliegen und der Lotse wird euch irgendwas am Kopf werfen und ihr habt keine Ahnung was das jetzt zu bedeuten hat der hat keine Taxi Clearance warum nicht das sieht ein bisschen eng aus das sind zwei Meilen okay er hat den jetzt langsamer genommen oder auch nicht Hallo Arrival Tower okay das regat Euro Wings 2 3 Papa Line Up Runway 2 5 Left Was für richtige Meilen 3 Meilen ja 3 Meilen Abstand hätten die wenigstens gebraucht dann hätte ich sie übernehmen können aber so war das ein bisschen sehr knapp Euro Wings 2 3 Papa Wind 1 6 0 1 0 Nutz Runway 2 5 Left Cleared for Takeoff Alitalia 010 Contact Bremen Radar 120 630 Bye Bye 120 630 Alitalia 010 Thank you Bye Klem hat sich auch noch nicht gemeldet oder 119630 Das ist nicht meine Frequenz Wir machen das hier wieder spannend Wo steht der 25 Ride Euro Wings 2 3 Papa Contact Bremen Radar 120 630 Bye Bye Sorry er wurde gerade im Teamspeak ganz viel im Hintergrund gequatscht deswegen war ich gerade sehr still Sorry ich muss gerade ein bisschen tief durchatmen hier Ryanair 2 9 Yankee Lineup Runway 2 5 Left Lineup 2 5 Left Ryanair 2 9 Yankee Hätte ich auch mal ein Condition geben können Das ist gerade wieder super unruhig Im Teamspeak wird so viel gequatscht wo ich mir denke das ist gerade ein bisschen unnötig und bei den Piloten irgendwie weiß ich nicht vielleicht bin auch nur ich der heute unruhig ist irgendwie ist das gerade nicht so entspannt dann habe ich einen Textflieger wo ich nicht weiß warum ist der jetzt auf einmal ein Textflieger Ryanair 2-9-9 Yankee Wind 1-5 0 Degrees 1-0 Nots Runway 2-5 Left Cleared for takeoff Cleared Takeoff 2-5 Left Correction 2-5 Left 2-5 Yankee Berlin Tower Guten Abend Lufthansa 5 Papa X-Ray 2-5 Left Lufthansa 5 Papa X-Ray Berlin Tower Hello 1 Departure Head Das ganze 5 Backside So den haben wir losgeschickt hat er bestätigt der ist gestartet Lufthansa 5 Papa X-Ray Wind 1-5 Zero Degrees 1-0 Nots Runway 2-5 Left Clear to Land Ryanair 2-9 Yankee Contact Bremen Radar 1-2 0 Decimal 6-3 0 Bye Bye 1-2 0 6-3 0 Ryanair 2 Yankee Thank you for everything Bye Bye Easy 3-1 Niner Easy 3-1 Niner Berlin Tower Hello You're Number 2 So So sieht's auch schon wieder ganz gut aus Expect Vacate Mike 8 Das wär beeindruckend Wenn's eine Twin Otter wäre Im Anflug Würde ich das vielleicht Probieren Der wird das vielleicht Hinkriegen Machen wir jetzt Vor den Seitenwind Guten Abend Lufthansa 1-8 Bravo Short of Bravo Lufthansa 1-8 Bravo Berlin Tower Hello Taxi to Holding Point Runway 2-5 Left Via Victor 2 Mike 7 Taxi to Holding Point Runway 2-5 Left Via Victor 2 Mike 7 Lufthansa 1-8 Bravo Das ist der erste Tschüsseldorf-Kollege Berlin Tower Easy 2-9 Bravo 10-Mile Final 2-5 West Localizer Is Established Easy 2-9 Bravo Berlin Tower Hello You're Number 3 Roger Number 3 2-5 Left Easy 2-9 Bravo Man, ich hab mich grad erschrocken bei dir im Stream, das Landing-Reedback gehört und schon gedacht, das bei mir Das ist natürlich die Gefahr, wenn man auf einer anderen Frequenz mitlauscht, das geht mir auch so, wenn ich hier etwas Cross-Kappel EZ 3-1 EZ 3-1 EZ 3-1 EZ 3-1-9 EZ 3-1-9 EZ 3-1-9 EZ 3-1-9-er, Wind 1-5-0-Degrees, 1-0-Nots, Runway 2-5-left, Clear to Land Runway 2-5-left, Clear to Land, EZ 3-1-9-er Lufthansa 5-Papa X-Ray, welcome to Berlin, Taxi via Alpha, hold short of Victor 1 Lufthansa 5-Papa X-Ray, Dankeschön, via Alpha, hold short of Victor 1 Wie kriege ich den jetzt hier, kriege ich den dazwischen raus? Der ist sehr eilig, hat er nicht Lufthansa 1-8, Bravo, Traffic, Airbus A320, now over the threshold, Runway 2-5-left, Report Traffic Traffic inside Traffic inside, Lufthansa 1-8, Bravo Lufthansa 1-8, Bravo, behind, de-arriving traffic, Line-up Runway 2-5-left, behind De-arriving traffic, Line-up Runway 2-5-left, behind, Lufthansa 1-8, Bravo Wow, das wird knapp Lufthansa 1-8, Bravo, hold position Hold position, 1-8, Bravo Sorry, wird doch ein bisschen knapp, sonst Easy 2-9, Bravo, Wind 1-5-0-Degrees, 1-0-Nots, Runway 2-5-left, Clear to Land Good one, 2-5-left, Easy 2-9, Bravo Lufthansa 1-8, Bravo, Traffic, Airbus A320, on a 2-mile final, Runway 2-5-left, Report Traffic inside Traffic inside for Lufthansa 1-8, Bravo Lufthansa 1-8, Bravo, dann probieren wir das nochmal Behind, de-arriving traffic, Line-up Runway 2-5-left, behind Lufthansa 1-8, Bravo Lufthansa 1-8, Bravo, behind, 1-8, Bravo Kleinen Moment Easy 3-1-9er, Taxi via Alpha, hold short of Victor 1 Alpha, Victor 1, Easy 3-1-9 Lufthansa 5, hab extra short of Victor 1 Lufthansa 5, Papa, X-Ray, Contact Apron, 1-2-1, Decimal 8-5-5, bye bye Apron, 1-2-1, Decimal 8-5-5, Lufthansa 5, Papa, X-Ray, bis später Wenn du Tower hört Also, Idee finde ich nicht schlecht, aber wir brauchen halt ein Ground Es geht leider nicht, wir brauchen erst, brauchen Apron und Ground, bevor wir den Nord Tower nicht aufmachen Tower, good evening, Lot 360, Taxi to Runway 2-5-right, holding short of Charlie Lot 360, Berlin Tower, hello, Taxi to Holding Point Runway 2-5-right, via Charlie and Lima 7 To the holding point of 2-5-right, via Charlie, Lima 7, Lot 360 Also, soweit ich weiß, wäre das gegen die SOP, deswegen möchte ich mir da keinen Ärger einhandeln Alpine 1-8-Kilo-Uniform, Berlin Tower, hello Lufthansa 1-8-Bravo, Wind 1-5-0-Degrees, 1-0-Nots, Runway 2-5-Left, cleared for takeoff Easy 3-1-Niner, Contact Berlin Apron, 1-2-1, Decimal 8-5-5, bye bye Easy 2-Niner, Bravo, Taxi via Alpha, hold short of Victor 1 Alpha, hold short of Victor 1, Easy 2-Niner, Bravo Tower, Lot 360, question? Lot 360, go ahead I see a few departure frequencies, what's going to be my next frequency for departure? Lot 360, your frequency will be 120.340, but please remain on my frequency Yeah, I'm just asking for, to put it in standby, can you say again? 120.340 120.340, thank you Tower, hello, Redmouse 4-5-6-4-Inshot, Bravo Alpine 1-8-Kilo-Uniform, Wind 1-5-0-Degrees, 1-0-Nots, Runway 2-5-Left, cleared for land Clear for land, Japan 1-8-Kilo-Uniform Lufthansa 1-8-Bravo, Contact Bremen Radar, 1-2-0-Decimal-6-3-0, bye bye Bremen Radar, 1-2-0-6-3-0, 1-8-Bravo Bye bye So, jetzt war hier noch irgendein anderer, der da Tower, hello, Redmouse 4-5-0-6, Holding Shop, Bravo Redmouse 4-5-0-6, Berlin Tower, hello Taxi to Holding Point, Runway 2-5-Left, via Victor 2, Mic 7 Victor 2, Mic 7, Redmouse 4-5-0-6-3-0 Easy 2-9er, Bravo, Contact Berlin Apron, 1-2-1-8-5-5, bye bye 1-2-1-8-5-5, for the apron, Easy 2-9, Bravo, Chessler ATC, great job tonight Thank you So Haben wir die Welle auch abgearbeitet irgendwie Ich hab vergessen den Tschüsseldorf zu sagen, es tut mir leid Mir ist es noch eingefallen, aber ich hab's vergessen Und Puffelfisch, vielen Dank fürs Folgen Mir ist es noch eingefallen, aber ich hab's vergessen, was quatsch ich denn? Also, mir ist es jetzt grad eingefallen, aber in dem Moment war ich am rotieren und dann ist mir das einfach entfallen Rednose 4-5-0-6, Wind 1-5-0-Degrees, 1-0-Nots, Runway 2-5-Left, cleared for take-off Cleared for take-off, 2-5-Left, Rednose 4-5-0-6 Alpine 1-8-Kilo-Uniform, Taxi via Romeo, Alpha, hold short of Victor 1 Romeo, Alpha, hold short of Victor 1, Alpine 1-8-Kilo-Uniform Ja, vielleicht ist es heute Vollmond oder sowas, Sergeant Umbrella, vielleicht liegt's daran So, hier kommt eine Wither Mal gucken, die Lot ist auch nicht so zügig unterwegs, gefühlt ist sie seit einer halben Stunde unterwegs Go Jo, hab ich, sind alle bei dir Alpine 1-8-Kilo-Uniform, Contact Berlin Apron, 1-2-1-Decimal-8-5-5, bye-bye Berlin Apron, 1-2-1-8-5-5 Alpine 1-8-Kilo-Uniform, Taxi via Romeo Wither 7-7, preparing for landing, go on runway 25, right Wither 7-7, Berlin Tower, hello Wind 150 degrees, 1-0 knots, runway 25, right, clear to land Clear to land, runway 25, right, Wither 7-7 Tower, moin, Lufthansa 137, ILS 25, right Lufthansa 137, Berlin Tower, hello, you're number 2 Rednose 4506, Contact Bremen Radar, 1-2-0-Decimal-6-3-0, Tschüsseldorf 1-2-0-6-3-0, Tschüsseldorf Ist das schön So, hier hat sich so ein bisschen Stau entwickelt Ja, ich hab beide Frequenzen cross-coupled Lord 360, ready for departure Lord 360, line-up runway 25, right Line-up runway 25, right, Lord 360 Slow Okay So, guten Tag Scandinavian 6-1-Alpha, hold shot of Victor 2 Scandinavian 6-1-Alpha, Berlin Tower, hello Taxi to Holding Point, runway 25, left Via Victor 2, Mike 7 Holding Point 25, left Via Victor 2, Mike 7, Scandinavian 6-1-Alpha Noch einer, der die ganze Piste benötigt Ist das so, na gut, ist das ein 777-9, es ist ein A3-20 So was Tower, good evening, German Wings 5, X-Ray Hotel, Waste Taxi to Charlie German Wings 5, X-Ray Hotel, Berlin Tower, hello Taxi to Holding Point, runway 25, right Via Charlie and Lima 7 Taxi to Holding Point, runway 25, right Via Lima and Charlie Via Charlie and Lima 7 Charlie and Lima 7, correction Warum steht denn der da? Wings Air 777, please vacate the runway Ring of the runway, sorry Scandinavian 6-1-Alpha, wind 150 degrees, 10 knots, runway 25, left, clear for takeoff Runway 25, left, clear for takeoff, Scandinavian 6-1-Alpha Ist einfach auf der Piste stehen geblieben, ey Wings Air 777, requesting taxi to Gaze, can you give me this? Wings Air 777, taxi via Lima 2 and Charlie, hold short of Victor 3 Lot 360, wind 150 degrees, 10 knots, runway 25, right, clear for takeoff Clear for takeoff, 25, right, Lot 360 Wings Air 777, taxi via Charlie, hold short of Victor 3 Taxi via Charlie, holding short of Victor 3, can you tell me please where the Charlie is? Can you give me? Wings Air 777, you can expect Alpha 05 Er hat doch noch ein Gate gefragt, oder hat er gefragt, wo Charlie ist? Wings Air 777, Charlie is the taxiway directly to your left now Thank you Okay Jetzt haben wir uns auch verstanden Berlin Tower, very good evening, Air Berlin 1694, Wings Air Holding, bravo Lufthansa 137, wind 150 degrees, 10 knots, runway 25, right, clear to land Lufthansa 137, runway 25, right, clear to land Air Berlin 1694, Berlin Tower, hello Taxi to Holding Point, runway 25, left via Victor 2 and Mike 7 Taxi to Holding Point, uh, 25, left via Victor 2 and Mike 7 Wings Air 777, contact Berlin Apron, 121.855, bye bye 121.855, bye bye Bei der Air Berlin 9er Mike Alpha darfst du gerne Tschüsseldorf machen, die spawnen demnächst Okay Wenn ich dran denke Lord 360, Airborne Lord 360, thank you Contact Bremen Radar, 120, decimal 340, bye bye Bremen Radar, 120, 340, thank you Have a good night, Lord 360 German Wings 5 X-Ray Hotel, line up runway 25, right Line up for 180, right, German Wings 5 X-Ray Hotel Es hat Boop gemacht Berlin Delivery, good evening Nee Einfach nee Lufthansa 137, taxi via Victor 3, hold short of Charlie Lufthansa 137, taxi via Victor 3, hold short of, äh, Charlie Scandinavian 6-1 Alpha, contact Bremen Radar, 120, decimal 630, bye bye 120, decimal 630, Scandinavian 6-1 Alpha, ciao Ah, ich runde gerade meinen Schreibtisch ab Hilfe Nein, was habe ich getan Ich wollte nur eben meine Jacke ausziehen, jetzt habe ich hier alles verheddert Egal Lufthansa 137, contact Berlin Apron, 121, decimal 855 Lufthansa 137, apron 121, 855, bye bye German Wings 5 X-Ray Hotel, contact Disregat German Wings 5 X-Ray Hotel, wind 150 degrees, 10 knots Runway 25, right, cleared for takeoff Ja, kann schon mal Bremen Radar kontaktieren, während er auf dem Runway steht So Air Berlin 169R4, wind 150 degrees, 10 knots, runway 25 left, cleared for takeoff Clear for takeoff, 25 left, there's been 169R4 Komplettes Chaos hier angerichtet gerade So Der hat sich bei mir noch nicht gemeldet, das ist auch wunderbar Jetzt höre ich dich, ja Ja Okay Die Speedbird 9er Golf Mike, hat die jemand zu mir geschickt? Ja Ja Ist, ist okay German Wings 5 X-Ray Hotel, contact Bremen Radar, 120, decimal 340, bye bye Danke fürs Wasser Marsch Sergeant Umbrella German Wings 5 X-Ray Hotel, contact in, äh, Trinspeed German Wings 5 X-Ray Hotel, contact Bremen Radar, 120, decimal 340 Klingt gut Berlin Tower, hello, Speedbird 8, Romeo Mike, with you, Victor 2, holding shoulder Bravo Speedbird 8, Romeo Mike, Berlin Tower, hello, taxi to Holding Point, runway 25 left, via Victor 2, Mike 7 Victor 2, Mike 7, Speedbird 8, Romeo Mike, and, uh, just for your information, we were cleared 25 right via the Circuit 1 Alpha, so I don't know if we're in the wrong place, uh, uh, Speedbird 8, Romeo Mike, confirm your departure is to Kip 1 Alpha? Yeah, that's what we got given during clearance, we were given 25 right and took it 1 Alpha for departure, and, uh, yeah, we're down there now Oh, Speedbird 8, Romeo Mike, Roger, then please taxi via Victor 2, Mike 7, hold short of runway 25 left, and I will give you a new clearance Uh, Roger, Victor 2, Mike 7, and we'll await the new clearance, Speedbird 8, Romeo Mike Uh, Apron Tower Die Speedbird 9er Golf, Mike, ist immer noch nicht bei mir Ähm, 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 genau Air Berlin, Air Berlin 1694, Contact Bremen Radar 120, Desmils 630 120, 630, Air Berlin 1694 Alle anderen hab ich, ähm, die, für die Speedbird 8, Romeo Mike, die hast du zur Südbahn geschickt, aber die möchte eigentlich zur Nordbahn Äh, ich, ich, ich mach'n Re-Clivens Berlin Tower, die Lufthansa 1, 2, Echo Berlin Tower, hello Und, uh, bitte darauf achten, die, die Status-Tags, die haben meistens noch ein Pushback, wenn sie bei mir ankommen Bitte auf die Status-Tags achten, die Flieger, wenn sie bei mir ankommen, haben meistens noch ein Status-Pushback Genau Zum Beispiel Taxi-Anweisung gibt's auf Taxi Alles gut Äh Hello, hello again, Speedbird 9er Golf, Mike, heavy Delta, for Lima 8 Speedbird 9er Golf, Mike, Berlin Tower, hello Taxi to Holding Point, Runway 25, right, via Delta and Lima 8 Lufthansa 1, 2, Echo Wind 150 degrees, 10 knots, Runway 25 left, clear to land Wind copy, clear to land, look to the normal track off So, der kriegt die 25 left, Sukib to November, das passt Speedbird 8, Romeo Mike, ready to copy your new clearance Ready to copy, 8 Romeo Mike Speedbird 8, Romeo Mike, information, Lima is current You're cleared to London Heathrow Aerodrome, Sukib to November, flight planned route, climb via SID 5000 feet, squawk 2102 Cleared to London Heathrow, information, Lima, Sukib to November, climb 5000, and squawk 2102, Speedbird 8, Romeo Mike Speedbird 8, Romeo Mike, read back, correct, report when ready for departure Hallo, Kommentator Jakub Werde ich jetzt hier kommentiert Speedbird 9er Golf, Mike, Wind 150 degrees, 10 knots, Runway 25 right, cleared for takeoff Ich muss mal grad gucken nebenbei, ob ich noch einen Lotsen rankriege, weil der Apron grad so ein bisschen am Absaufen ist, hat er mir gesagt Lufthansa 1, 2 Echo, welcome to Birdland Berlin, taxi via Romeo, Alpha, hold short of Victor 1 Romeo, Alpha, hold short of Victor 1, die Luft zum Norden, takeoff Ich hab den Typen hier ganz vergessen KLM Speedbird 8, Romeo Mike, ready to go Speedbird 8, Romeo Mike, Wind 150 degrees, 10 knots, Runway 25 left, cleared for takeoff Takeoff 25 left, Speedbird 8, Romeo Mike 121605, der hat's schon auf Delivery geschafft, sehr gut Sorry dafür, liebe Speedbird Speedbird, ich war vorhin resignierter, als ich sein wollte Ich wollte ihn nicht tatsächlich ignorieren Wollte nur in dem Moment grad nicht mich um Text kümmern Speedbird 9er Golf, Mike, contact Bram Raider 120, decimal 340, bye bye 120, 340, 9er Wolf, Mike, 10, 0, 3, 1 So Habe ich den schon zum links geschickt? Ne Lufthansa 12 Echo, contact Berlin Apron 121, decimal 855, bye bye 121, 855, Singapore Service Speedbird 9er Golf, Mike, could you say again, Frequency? Speedbird 9er Golf, Mike, Frequency is 120, decimal 340 120, 340, thank you So Dann sieht's bei mir eigentlich ganz, ganz gut aus gerade Wir haben halt immer noch einen Haufen Departures, die los wollen Okay Grauenblos hat mir gesagt, er hat's raus, er hat den Rhythmus jetzt Mal gucken Der Rhythmus, wo man mit muss Ich warte immer noch auf meinen VFRler Wo sind die VFRler? Speedbird 8, Romeo, Mike, contact Bram Raider 120, decimal 630, bye bye 120, decimal 630, bye bye 120, decimal 630, thank you Da ist ein VFRler Und der ist gleich in meinem Luftraum Na Boah Der ist aber Der ist jetzt eindeutig in meinem Luftraum Mist, die wollen bestimmt beide zu mir Nicht Steht eh das, die wollen wahrscheinlich Kollege Du bist der Meinung im Luftraum Äh Das ist die falsche Frequenz Der Air Berlin 7 Alpha Yankee, wo ist der? Possible pilot deviation, I have numbered for you to call Ich warte mal kurz, ob der sich gleich bei mir meldet Doch, wir wollen über Berlin Die wollen beide zu mir und wieder zurück Dann kommt er ja gleich Wir sollen mal bei Ground reinlauschen Was ist denn, der hat mein Airspace gebastet? Ich habe alles gecross-coupled Das ergibt nicht so viel Sinn Das lassen wir mal lieber Dann hören ja alle möglichen alles mit Was haben wir denn hier? Zwei Cessnas 172 Nee Hold short, Charlie, Roger Er geht nicht, ich habe alles gecross-coupled Dann hören alle alles Geht nicht, dann hören alle alles Weil gecross-coupled ist dann Ja, der Ground ist offline gegangen Vor, ich weiß nicht wann Eine halbe Stunde oder so Und Delivery hat jetzt gerade den Apron gecross-coupled Und nutzt den einfach mit Und ist deswegen gerade auch so ein bisschen am Schwimmen Weil wir haben ja immer noch so, keine Ahnung Zehn oder so Departures Fünfzehn Departures Die alle gleichzeitig jetzt per Voice Eine Clearance wollen Und nebenbei Halt den Apron abhandeln Da ist man schon gut am Rotieren gerade Taxi Was machen wir mit den beiden VfR-Lan? Den einen schicken wir direkt zur Nordbahn Und den anderen lassen wir an der Südbahn kreisen Je nachdem, was wir so vorhaben So machen wir das Einflug verweigern Warum machst du denn nicht Apron? Es ist halt Also wir dürfen Das ist halt SOP in Berlin Entweder du hast du Als erste Station wird der Apron besetzt Dann der Tower Dann der Delivery Dann der Ground Dann der zweite Tower Und du darfst halt nicht Also ich dürfte jetzt selbst Ich dürfte jetzt den Apron nicht mitmachen Und er macht nur Delivery Sondern wenn, dann müsste ich den Tower zumachen Dann dürfte ich Apron machen Und er macht Delivery Das würde wieder gehen Aber es ist halt alles Es bleibt jetzt erstmal so Ich hoffe, ich versuche gerade im Discord Irgendwie noch einen zweiten Zweiten Groundlotsen ranzukriegen Dass jemand den Apron übernimmt Und die beiden machen hier gerade Formationsflug Meinen Formationsflug habe ich gelernt Ich behandle den Formationsflug wie Als wäre es nur ein Flugzeug Ich hoffe, die melden sich nicht gleich Wir sind über Mike Wir wollen in die Kontrollzone Berlin Tower Hello Wizard 280 Holding Point Charlie To Runway Charlie Runway Charlie Wizard 2804 Berlin Tower Hello Taxi to Holding Point Runway 25 Right Via Charlie And Lima 7 Taxi Holding Point 25 Right Via Charlie Lima 7 Wizard 2804 Hello Alpine 5247 Bravo Alpine 5247 Taxi to Holding Point Runway 25 Left Via Bravo And Mike 8 Bravo And Mike 8 To Runway 25 Left Aufbahnpark Moment, Moment, Moment Ich höre gerade nichts Berlin Turm, hallo Die Delta Echo Echo Sierra Charlie Delta Echo Echo Sierra Charlie Berlin Turm, hallo Ja, die Delta Echo Echo Sierra Charlie Ist eine Cessna 152 Momentan noch 2500 Fuß Erbitte den Durchflug Durch die Kontrollzone Mike Zu November Delta Sierra Charlie Berlin Turm Verstanden Denn aktive Piste 25 links 25 rechts QNH 988 Aktive Piste 25 links Und 25 rechts Der aktuelle QNH 988 Delta Echo Sierra Delta Echo Sierra Charlie Delta Echo Echo Sierra Charlie Durchqueren Sie die Kontrollzone Direkt nach November Nicht unter 1500 Fuß Nach November Nicht unter 1500 Fuß Die Delta Echo Echo Sierra Charlie Und Delta Sierra Charlie Beim nächsten Mal Bitte vorher anfragen Bevor Sie in den Luftraum einfliegen Ja, das war Nämlich mein Problem Ich bin gerade In den Wolken Ich muss nämlich Theoretisch auch gleich Ein bisschen weiter runter Aber ich hoffe mal nicht Weil sonst bin ich ja Ganz schön tief Ne, weil ich habe gerade Ein paar Wolken hier Und dann habe ich Die Autobahn verpasst Wo ich ja dann Nicht auf die Junge Auf die Meldepunkt Wieder konzentrieren konnte Aber ich will jetzt Nicht so viel quatschen Das können wir ja dann schreiben Weil Da ist ein paar Missen Traffic Danke Ich glaube Aufbahnfahrt zu treffen Wir are ready Alpine 5247 Wind 160 degrees 11 knots Runway 25 left Cleared for takeoff Cleared takeoff 25 left Aufbahnfahrt zu treffen So Und die Delta Papa Yankee Ist halt auch einfach Reingeflogen Ohne irgendwas zu sagen Was hatte das jetzt genau Mit dem späten Melden zu tun Er ist einfach in meinen Luftraum reingeflogen Ohne sich zu melden Er hat keine Freigabe gehabt So einfach ist das Man meldet sich Fünf Minuten In der Regel Fünf Minuten Vor dem Meldepunkt Guten Tag die Delta Echo Mike Papa Yankee Delta Echo Mike Papa Yankee Berlin Thom Hallo Delta Papa Yankee Nennen sie Absichten Die Delta Echo Mike Papa Yankee Gerade auf 2500 Fuß 95 Knoten erbittet Überklärung von Mike zu November Delta Papa Yankee Die verstanden Aktiven Piste 25 links 25 rechts Und der QNH 988 Aktive Piste 25 rechts 25 links QNH 988 Delta Echo Mike Papa Yankee Delta Papa Yankee Fliegen sie direkt zu November Nicht unter 1500 Fuß Direkt zu November Nicht unter 1500 Fuß Delta Echo Mike Papa Yankee So den Verkehr Meldung kann ich mir jetzt auch sparen Alpine 5247 Contact Bremen Radar 120 Decimal 630 Bye bye 120 630 Für Bremen 5247 Bye Wizz Air 2804 Wind 160 degrees 11 knots Runway 25 right Cleared for takeoff Traffic Light Aircraft VFR Currently crossing the airfield South to North 25 right Clear for takeoff Wind copy Traffic information Copy Wizz Air 304 Delta Sierra Charlie Verkehr Ein Airbus A320 Im Startlauf Piste 25 rechts Delta Sierra Charlie Ja der Verkehr ist in Sicht Delta Papa Yankee Verkehr Auch für Sie Ein Airbus A320 Im Startlauf Piste 25 rechts Entschuldigung können Sie es bitte wiederholen Delta Papa Yankee Verkehr Ein Airbus A320 Im Startlauf Piste 25 rechts Delta Echo Mein Papa Yankee Verstanden Verkehr In Sicht Okay So ich bin dann mal im Lörk Mach mich ready In Richtung Berlin Sehr schön Mach das mal Ja die Antwort war auch gerade Wirklich ein bisschen Ein bisschen viel Hallo Ja mit dem Delivery Brauchst du nicht reden Der ist am Total rotieren Ne Der April hat uns verlassen Danke dir Ich sehe gerade Dass der über meinem Luftraum Unterwegs ist Der Delta Papa Yankee Wieser 2804 After departure Runway 25 right Climb 5000 Hit by RSAP 1.5 Hä Was war das? Wieser 2804 Wieser 2804 Contact Bremen Radar 120.340 Bye bye 120.340 Wieser 2804 Thank you for your service Bye bye Delta Papa Yankee Sie befinden sich im Charlie Luftraum Bitte sinken Sie unverzüglich Auf 2500 Fuß Oder darunter Delta Echo Mike Papa Yankee Ich bin schon auf 2500 Fuß Und Kurnahe ist 988 Delta Papa Yankee Verstanden Sie werden mir auf 3200 Fuß angezeigt Okay Das ist jetzt ein bisschen komisch Dann Sink ich ein bisschen Die Delta Sierra Charlie Ist gerade beim Meldepunkt November Delta Sierra Charlie Verstanden Verlassen der Frequenz genehmigt Noch ein schön weiter Flug Verlassen der Frequenz Genehmigt Ja bis später Delta Sierra Charlie Das ist wirklich interessant Hatte ich so auch noch nicht Berlin Tower Moin Eurowings 2 Sierra Fox Und Victor 2 Eurowings 2 Sierra Foxtrot Berlin Tower Hello Taxi to Holding Point Runway 25L Via Victor 2 Mike 7 Continue via Victor 2 At Mike 7 Holding Point 25L Eurowings 2 Sierra Foxtrot Eurowings 2 Eurowings 3 Eurowings 3 Eurowings 3 Ja Berlin Tower EJet 022 Holding Struck Charlie Requesting Taxi To Runway 25R Easy 2202 Berlin Tower Hello Taxi to Holding Point Runway 25R Via Charlie And Lima 7 Taxi to Runway 25R Via Charlie And Lima 7 EJet 022 Oh ja stimmt Der Nebel ist krass Delta Papa Yankee Verstanden Verlassen der Frequenz Genehmigt Ein schöner Weiterflug noch Und beim nächsten Mal Bitte ein bisschen früher melden Ja Verlassen der Frequenz Genehmigt Und Schönen Tag noch Delta Echo Mike Papa Yankee Gleichfalls Ciao ciao Eurowings 2 Sierra Foxtrot Wind 160 degrees 11 knots Runway 25L Cleared for takeoff Cleared for takeoff Du fährst Lefty Du bist ja der Foxtrot Ja Kleinen Moment Ich bin hier am Rotieren gerade So go Ich hab das Ich hab nichts von dir mitbekommen Was gerade passiert ist Kinders Es ist gerade ein bisschen Anstrengend hier So die VfR Da bin ich aber los Es ist halt nebenbei Gerade Es sind gerade Lotsen Ich kann es ja auch nicht sagen Wie ist gerade im Teamspeak Ganz schön was los Die Leute kommen rein Es wird ein Haufen gequatscht Es kommen Leute raus Alle sind so Stand by Go Stand by Go Stand by Go Weil überall auf den Frequenzen Jede Menge los ist Ich kann ja halt nur sagen So ist es halt manchmal Alles gut Auf dem April läuft es heute nicht so gut Muss ich leider sagen Aber ich glaube der Kollege Ist auch noch recht unerfahren Sagt dem Delivery doch Er soll auf April gehen Ja Es ist gerade schwierig Schon wieder mein Schreibtisch Hier fast abgeräumt Nur weil ich eben kurz Fenster öffnen wollte Wenn wir jetzt so einen Mentor hätten Der hier mal reinkommen könnte Um ein bisschen zu unterstützen Das wäre irgendwie Das wäre vielleicht was Diese Anspielung Ich weiß nicht was du meinst Euro Wings 8040 Berlin Tower Hello Hold position for now Go Hold position Euro Wings 8040 Das heißt der Flieb V auf R Hat sich erledigt Euro Wings 8040 Taxi to holding point Runway 25 left Via Victor 1 Mike 7 Give way to the company Boeing 737 On Victor 2 Victor 1 Mike 7 Holding point Runway 25 left And give way to the company 737 Euro Wings 8040 Easy 2202 Wind 160 degrees 12 knots Runway 25 right Clear for takeoff Clear for takeoff Runway 25 right Each day 022 Euro Wings 4 November Foxtrot Wind 160 degrees 12 knots Runway 25 left Clear for takeoff Runway 25 left Clear for takeoff Euro Wings 4 November Foxtrot Berlin Tower Guten Abend Lufthansa 1 for Lima On Foxtrot Holding short option Lufthansa 1 for Lima Berlin Tower Hello Taxi to holding point Runway 25 right Via Charlie And Lima 7 Taxi to holding point 25 right Via Charlie Lima 7 Lufthansa 1 for Lima Ja also ich will dem Kollegen nicht zu nahe treten auf dem April aber ich hab das Gefühl er ist noch nicht so erfahren was Berlin und die Prozeduren angeht und ich seh halt anhand der Tags und den späten Übergaben und so dass er halt extrem am schwimmen ist und ich kann halt schlecht jetzt noch auf seiner Frequenz mithorchen und ihm helfen und das tut mir grad ein bisschen leid halt das Gefühl er ist sehr unsicher und ein bisschen überfordert was auch okay ist bei so viel Departures wenn man sich nicht auskennt er macht beides er macht Apron und Delivery grad wieso was jo easy 2202 confirm your flying the standard departure kann confirm we are flying the circuit 1 alpha departure easy 022 easy 2202 roger thank you now looks a bit better contact breben radar 120 decimit 340 bye bye berlin tower low b-line 9er november kilo on victor 4 b-line 9er november kilo berlin tower hello stand by easy 2202 contact breben radar 120 decimal 340 120 decimal 340 easy 022 euro wings 4 niner foxtrot contact breben radar 120 decimal 630 bye bye breben radar 120 630 euro wings 4 november foxtrot point euro wings 8040 wind 160 degrees 12 knots runway 25 left clear for takeoff euro wings 8040 wind 160 degrees 12 knots runway 25 left clear for takeoff 25 live for takeoff euro way 8040 b-line 9er november kilo taxi to holding point runway 25 right via charlie and lima 7 via charlie and lima 7 to holding point runway 25 right b-line 9er november kilo swiss 9er 4 8 delta berlin tower hill low wind 160 degrees 12 knots runway 25 right clear to land lufthansa 20 101 berlin tower hello taxi to holding point runway 25 left via victor 2 alpha mike 8 jo ich hab nicht am wetter gespielt der nebel hat sich verzogen berlin 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 hello stand bye jetzt fürchte ich ja berlin tower hello airfloat 30 berlin tower hello taxi to holding point runway 25 left via victor 2 and mike 7 euro wings 8040 contact bremen radar 120 decimals 630 bye bye 120 630 thank you very much euro wing 8040 lufthansa 14 lima wind 160 degrees 12 knots runway 25 right cleared for takeoff swiss 9 4 8 delta taxi via victor 3 hold short of charlie oh jetzt höre ich dich wieder berlin tower could you say again it's frequency for euro wings 8040 frequency is 120 decimal 630 120 630 thank you very much euro 8040 lufthansa 14 lima contact bremen radar 120 340 bye bye 120 340 11 12 948 delta contact berlin apron 121 855 bye bye april 121 855 swiss 948 delta schön abend 10 no 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 Aeroflot 3-0, du bist in der Active Runway ohne Clearance. Oh, sorry, sorry, ich habe den Stopp verloren, ich komme zurück. Ja, Aeroflot 3-0, Wind ist 160 degrees, 12 knots, Runway 25 left, cleared for takeoff, but next time, please hold short. Cleared for takeoff, okay, thanks, I, like, I missed the Stopp, sorry, Aeroflot 3-0. B-Line, 9er November, Kilo, Wind 160 degrees, 12 knots, Runway 25 right, cleared for takeoff. Runway 25 right, cleared for takeoff, B-Line, 9er November, Kilo. Eurowings 1421, established on the roverizer, Runway 25 left. Eurowings 1421, Berlin Tower, hello, one departure ahead. Roger, Eurowings 1421. So, this is the Thunder 21, holding short, Marker, keep up next. Lufthansa 201, Roger, there is one arrival ahead. Ja, sonst schreib es mir einfach in Teamspeak, dann kann ich es lesen, soweit ich Zeit habe. Lufthansa 1425, Contact Bremen Raider 120, Desmet 340, bye bye. Den habe ich schon geschickt. Schreib mir bitte per Teamspeak. Eurowings 1421, Wind 160 degrees, 12 knots, Runway 25 left, cleared for land. Cleared for land, 25 left, steering Sean 421. Lufthansa 201, behind the next arriving Airbus A320, Line-up, Runway 25 left behind. Line-up after the arriving traffic A330, Lufthansa 201. Aeroflot 340, Contact Bremen Raider 120, Desmet 630, bye bye. 120, Aeroflot 340, bye. Delta Lima X-Ray, sorry for the wait. Taxi to Holding Point, Runway 25 right via Lima 6. Delta Ecoma, Klima X-Ray, Taxi to Holding Point 25 right via Lima 6. Achso, ne, der ist nicht hier. Der ist eine Ebene höher. Irgendwo. Hä? Wieso wird denn der auf? Achso, der landet grad. Ich bin schon verwirrt hier. Was ist denn das für ein Chaos-Abend? Mann, Mann, Mann. Hatte ich den schon geschickt? Ich weiß es nicht mehr, ey. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ist der noch bei mir? B-Line 9er, November Kilo, Contact Bremen Raider 120, Desmet 340, bye bye. Bremen Raider 120, 340, B-Line 9er, November Kilo, bye bye. Delta Lima X-Ray, leave the control zone via November. Right-hand turn approved. Wind 160 degrees, 12 knots, Runway 25 right, cleared for takeoff. Delta Ecoma, Klima X-Ray, leave the control zone via November. Right-hand turn approved, and 25 left, cleared for takeoff. Flugzeug im Gras, was? Danke für den Hinweis. Lufthansa 201, Wind 160 degrees, 1, 2 knots, Runway 25 left, cleared for takeoff. T-5 left, cleared for takeoff. Lufthansa 21. Euro Wings 1421, welcome to Berlin. Taxi via Alpha, hold short of Victor 1. Taxi via Alpha, hold short of Victor 1, Euronish 1421. Klimakleber war das Stichwort im Chat, ja, den gibt's ja tatsächlich in der Szenerie, und zwar stehen die immer hier auf Kilo 1, die sind in der Szenerie hier drin. Ich glaub, die tauchen immer abends auf, mein ich, bin mir nicht ganz sicher. Ich bin da so selten. Aber wenn man hier von Taxi via runterfährt, das ist hier die, ich glaub, von Aerosoft die Szenerie. Da hast du dann hier ein paar Leute, die mit Fahrrädern und Transparenten auf Runway stehen, ein Polizeiauto steht auch dabei, mit Blaulicht, ist eigentlich ganz hübsch. Ja. Äh, hatte ich die Swiss nicht geschickt? Doch. Steht da nämlich auch schon ein bisschen länger. So, und die englische Phrasio für Frequency Change Approved ist, äh, Approved to Leave, heißt es richtig. Lufthansa 201, Contact Bremen Radar, 120.630, bye bye. 120.630, offence 201. Das wird ja besser und besser. Ich kann, ich kann ja gleich mal spaßhalber gucken, wenn hier, gestern war da noch eine Intersection, was? Ja, ich kann gleich ja mal kurz gucken, spaßhalber. Da, 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 naja, da sind sie. Delta, Lima, X-ray, Roger, Approved to Leave, have a nice flight, bye bye. Delta, Lime, X-ray, Approved to Leave, Frequency. Vielen Dank, ciao, ciao. Tschüss. Berlin Tower, guten Abend, Lufthansa 1-Victor-Uniform, 1-Victor-2-approaching, bravo. 1-Victor-2-approaching, bravo. Lufthansa 1-Victor-Uniform, Berlin Tower, hello. Taxi to Holding Point, Runway 25 left via Victor 2, Mike 7. Lufthansa 1-Victor-Uniform, over... Correction, Taxi to Holding Point, Runway 25 left via Victor 2, Mike 7. Richtig. Ja. Besonders schön finde ich den Kollegen hier auf dem Fahrrad, der immer Kreise fährt. Der ist auf jeden Fall sehr sportlich, weil der macht das schon seit Stunden. Hello, B-Line-3, Juliet, this is the one, I call it. B-Line-3, Juliet, Zulu, Berlin Tower, hello. Taxi to Holding Point, Runway 25 left via Bravo and Mike 8. Holding 25 left via Bravo and Mike 8 for 3, Juliet, Zulu. Wie ist es aus mit dem Arrival? Hinten kommt ein Easy. Guten Abend, Delta Charlie, Bravo Charlie, Tango, Holding Shorts, Charlie at JT. Delta Charlie, Bravo Charlie, Tango, Berlin Tower, hello. Taxi to Holding Point, Runway 25 right via Lima 6. Are you able for Lima 6 departure? Lima 6 departure affirmative. Taxi to Holding Point, Runway 25 right, Lima 6, Delta Charlie, Tango. Delta Charlie, Tango, thank you. Lufthansa One Victor Uniform, Wind 160 degrees, 1, 2 knots, Runway 25 left, cleared for takeoff. Lufthansa One Victor Uniform, Runway 25 left, cleared for takeoff. Moment, ich höre dich gerade nicht. Dig, 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 dig. So, kriegen wir den auch noch raus? Den kriegen wir auch noch raus. B-Line-3, Juliet, Zulu, Line-Up, Runway 25 left. Line-Up 25 left, B-Line-3, Juliet, Zulu. So, jetzt. Euro Wings 1421, Morning Victor 1. Ich glaube schon, kann ich nochmal schicken. Alles klar. Euro Wings 1421, are you still in my frequency? Yes, still in my frequency. Should I transition to ground? So, 1421. Euro Wings 1421, Roger, contact apron 121, decimal 855, bye bye. 121, decimal 855, thank you very much. Der hat schon takeoff. Delta Charlie Tango, Wind 160 degrees, 12 knots, Runway 25 right, cleared for takeoff. Runway 25 right, cleared for takeoff, Delta Charlie Tango. Willkommen nach Berlin, German Wings 1, Yankee Echo. So, bist du schon irgendwo in Sichtweite? Na los, so viel VFR da. Alle in, was ist das, Straußberg da oben? Sehr schön. Bei Bremen Radar schon. Ah ja, mal denn. Also gute, bis 21 Uhr mache ich noch, aber dann ist bei mir heute auch absolut Schicht im Schacht. Das ist so anstrengend heute hier. Easy 5-7 Juliet Golf, Berlin Tower, hello, one departure ahead. Der hat eine Lockdown, der hat auch eine Lockdown. Habe ich nicht gesehen, so ein Mist. So, und jetzt nochmal. Lufthansa 998-1, Able Intersection, Lima 6. Lufthansa 998-1, Berlin Tower, hello. Taxi to Holding Point, Runway 25 right, war ja Lima 6. Taxi to Holding Point, Runway 25 right, war ja Lima 6. Lufthansa 998-1. Lufthansa auf dem GRT, auch nicht schlecht. B-Line 3 Juliet Zulu, Wind 160 degrees, 12 Nordsram, mit 25 left, cleared for takeoff. 25 left, cleared for takeoff, B-Line 3 Juliet Zulu. Lufthansa 1 Victor Uniform, Contact Bremen Radar, 120.630, bye bye. 12 Bremen Radar, 120.630, Lufthansa 1 Victor Uniform, schönen Abend noch, ciao. Delta Charlie Tango, Contact Bremen Radar, 120.340, bye bye. 120.340, bye bye, danke schön, Delta Charlie Tango. Lufthansa 998-1, ready. Lufthansa 998-1, Wind 160 degrees, 12 Nords, Runway 25 right, cleared for takeoff. Lufthansa 998-1. Kommen wir um 20.52 Uhr an Loke, ne, dann sollte das ja noch passen. Das sollte ja dann noch passen. Berlin Tower, hello, Condor 1123, is a step shift ILS, Runway 25 left. Condor 1123, Berlin Tower, hello, you're number two. Easy 57 Juliet Golf, Wind 160 degrees, 12 Nords, Runway 25 left, cleared for land. Place the line C5, I'll see C5, send you a call. Beeline Tree Juliet Zulu, Contact Bremen Radar, 120.630, bye bye. 120.630 for Beeline Tree Juliet Zulu, thanks, good night. Oh, jetzt haben wir den Apron aber auch fast leer hier. Alter Schwede. Die Alpine kommt hier gleich noch. Yep. Aber ich weiß nicht, sieht nicht mega voll aus. Oh, kein Problem, sag einfach Bescheid. Lufthansa 998-1, Contact Bremen Radar 120, Decimit 340, bye bye. Contact Departee, Lufthansa 998-1. Lufthansa 998-1, Contact Bremen Radar, 120, Decimit 340. Ja, wir haben das Rehenspanns, 100 Charts, 120, 340, 998-1. Danke, ich muss es trotzdem hören. Easy 57. Disregard. Ja, ich bin auch, ob du, ich war, äh, gerade stressig. Boah, es war auf jeden Fall dafür, dass kein Event war, aber gut, was los. Wenn ich nicht antworte, dann merkst du dann, dass ich gerade woanders am Quatschen bin. Condor 1, 1, 2, 3, Wind 1, 6, 0 degrees, 1, 2 knots, runway 25 left, clear to land. Runway 25 left, clear to land, Condor 1, 1, 2, 3. Also in Zukunft nur noch Leipzig und den Ruhigen schieben. Es wäre heute auf jeden Fall die bessere Wahl gewesen, gefühlt. Easy 57 Juliet Golf, welcome to Berlin. Taxi via Romeo, Alpha, hold short of Victor 1. Romeo Alpha, hold short of Victor 1, easy 57 Juliet Golf. Noch mal was? Eee, joa. Alpine 5263, holding short of Bravo. Alpine 5263, Berlin Tower, hello. Taxi via, taxi to holding point, runway 25 left, via Bravo and Mike 8. Okay. Easy 57 Juliet, Golf, Alpha is directly to your right. Sorry, I read the chart, strong. The jumps, swing me round, and I thread one, and I'm alpha. Jetzt gerade geht's, ja. Boah, eigentlich ganz gut, war ein bisschen anstrengend. Berlin Tower, schönen guten Abend, Lufthansa 279er, established ALS 25 left. Lufthansa 279er, Berlin Tower, hello. Kriegen wir den noch raus? Wir kriegen den noch raus. Den Alpine Kollegen. Dafür war's gutes Training für deine zukünftige Approach-Position, ja. Danke fürs Wassermarsch. Nachher gibt's auf jeden Fall was, äh, ein bisschen Feuer, Wasser. Alpine 5263, wind 160 degrees, 1, 2 knots, runway 25 left, clear for takeoff. Runway 25 left, clear for takeoff for Alpine, 52, 53. Easy 57 Juliet, Golf, contact Berlin Apron, 121, decimal 855, bye-bye. Apron, I'm 121, 855, easy 57 Juliet, Golf, cheese. Condor 1, 1, 2, 3, Taxi via Romeo, Alpha, hold short of Victor 1. Taxi via Romeo, Alpha, hold short of Victor 1, Condor 1, 1, 2, 3. Rad und Umbrella verbreitet hier Falschinformationen. Ich hab, ich hab, äh, vorsichtige Verkehrsinformationen gegeben, bevor sich die Leute über den Haufen fliegen da in Hamburg. Aber ich hab keine Anweisungen verteilt. Ich hab, ich hab nicht meinen, meinen Kompetenzbereich verlassen. Jo, ich hör dich. Ja, ich weiß. Ist, ist notiert. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Condor 1, 1, 2, 3, contact Berlin Apron, 121, decimal 855, bye-bye. 121, 855, bye-bye. Janus, ich hoffe, du hast notiert, äh, schon mal hervorragende Vorbildungen und, äh, Express-CPT für S3 angemeldet und so. Alpine 5263, contact Bremen Radar, 120, decimal 630, bye-bye. Moment. Alpine 5263, contact Bremen Radar, 120, decimal 630, bye-bye. 120630, for Alpine 5263, bye-bye. Lufthansa 279er, Wind 160 degrees, 120, runway 25 left, clear to land. Clear to land, Lufthansa 279er. Was ist denn das hier für ein Kollege? Ein Airfox, was? AVO6 war ja Victor II. Hab grad, äh, ja. Janus, danke fürs Prime AVO. Schon zwei Monate. Danke, danke. Äh, so, den hab ich weggeschickt, den hab ich weggeschickt. Der hat einen Landing Clearance, ich weiß nicht, was das hier ist. Ein Airbus A320, warum, hä? Das hier sieht aus wie ein Go-Around. Horrorshop, vielen Dank fürs Prime AVO. Ganz kleinen Moment, gleich gedanklich bei dir. Ich muss grad gucken, was die Lufthansa hier macht. Ja, doch, sieht nach einer Landung aus. Ist ja seltsam. Servus, Lemon Corn Flags. Logto 5 November, Squawk 5000. Sorry, wenn ich grad Blödsinn erzähle, ist immer wenn ich dem, unseren, dem Delivery der Ausfalls in die falsche Push-to-Talk drückt, dann kriegt der von mir eine Antwort. Bin in der Luftrichtung Berlin, schätzungsweise noch so 40 Minuten. Uh, das wird aber, das wird aber eng. Weiß nicht, ob ich nur so lange da bin. Lufthansa 279er has vacated one with a mic five. Ja, das sieht für mich nicht so aus, aber gut. Lufthansa 279er, welcome to Berlin. Taxi via Romeo, Alpha, hold short of Victor 1. Taxi via Romeo, Alpha and hold short of Victor 1. Lufthansa 279er. Weil ist die Standard-Szenerie so schlecht? Also der Typ, der, also nix jetzt gegen die Lufthansa persönlich, aber guck mal, der steht, da ist die Haltelinie. Und der sagt mir, er hat den Runway vacated. Versteh ich nicht. Das machen so viele hier falsch. Das kann ich mir nur erklären, dass die Standard-Szenerie irgendwie hier eine Haltelinie einmalt. Oder vielleicht diesen Taxiway gar nicht drin hat und dafür hier, ich versteh's sonst nicht. Keine Ahnung, dass das so ein Problem ist für die Piloten hier. Da ist die Haltelinie. Da ist die, wo ihr hinrollen könnt. Bis dahin dürft ihr locker rollen. Ihr dürft sogar noch ein Stückchen weiter, wenn's sein muss. Aber bitte nicht da stehen bleiben. Auch auf der Standard ist der Haltepunkt da, wo er sein soll. Ja, ich hab... In Berlin ist doch so, dass man, wenn man vacated ist, von selbst zum Ground muss. Weil manchmal ist das so, manchmal nicht... Wenn wir einen Ground online haben, dann macht man das in der Regel selbstständig. Oder wenn wir keinen Ground online haben, jetzt wie in dem Fall, haben wir nur einen Apron, dann wirst du geschickt. Aber es steht auf jeden Fall im ATIS. Das heißt, wer das ATIS aufmerksam liest, der wird's auf jeden Fall richtig machen. Lufthansa 279er, contact Berlin Apron. 1 to 1, 855. Bye, bye. Apron on 1 to 1, 855. Danke und Tschüss. Also in der Standard-FS-Szenerie ist die Haltelinie gut zu erkennen. Ja. Lasst mir doch ein bisschen Optimismus. Hättet ihr doch einfach gesagt, die Piloten können nix dafür. Das ist in der Standard-Szenerie falsch dargestellt. Oder von mir aus im X-Plane falsch dargestellt oder so. Dann wär ja alles gut. Dann bräuchte ich mich ja nicht ärgern. Gussfraber. Wir atmen tief durch. Wir sind auf einer glücklichen Wolke. Aber noch VMC, damit wir VFR weitermachen können. Das heißt, die Wolke, auf der wir uns befinden, die zählt nicht. Alles ist gut. Wir sind ganz entspannt. Tief einatmen. Und tief ausatmen. So. Jetzt geht's uns doch schon allen besser. Ey, ganz ehrlich, ich glaub, es war noch nie so anstrengend. Ich weiß gar nicht, warum. Es war ordentlich Verkehr. Ja, aber nix, was ich nicht schon in der Sim-Session gehabt hätte. Aber die Piloten waren halt teilweise so, so chaotisch. Und dann dazu halt die ganze Zeit im Team-Speak die Koordination. Weil irgendwie Lotsen da waren, nicht da waren. Absprachen, keine Absprachen, keine Ahnung. Das war, also, das muss ich mal sagen, das war von Lotsenseite schon mal besser. Das war von Pilotenseite schon mal besser. Das hat's irgendwie sehr anstrengend gemacht. Ahem. Und wenn man dann noch so, wenn man dann da irgendwie so reinkommt in dieses Alles ist schwierig und anstrengend, fängt man noch an, selber Fehler zu machen. Die es dann noch schwieriger und noch anstrengender machen. Ein bisschen Teufelskreis. Aber ich glaub, jetzt haben wir einen guten Stand erreicht gerade. Fünf Deparchers. Und ich glaub, zumindest keine Erreibe, die noch in der Luft ist. Damit können wir arbeiten. War eigentlich der Alien-Italiener mal wieder da. Nicht, dass ich das mitbekommen hätte. Also, ich seh ihn regelmäßig. Der streamt ja auch auf Twitch. Regelmäßig krieg ich den Nachrichten, dass er online ist. Aber ob er jetzt hier in Berlin mal wieder war, kann ich gar nicht sagen. Auch nicht schlecht. Luftwanzer279 hat gerade StanCharlie01 requestet, weil seine Pizza fertig ist. Jo, geht's gerade. Ist nix los. Nee, S2. Fertig. Ich glaub nicht. Kannst du gerne machen. Ich kann aber grad nicht ganz so frei sprechen, weil ich nebenbei noch am Streamen bin. Und da kann ich nicht ganz so viel persönliche Infos freigeben. Ja, bin ich. Na, auf Twitch. Äh. Guck einfach mal in meine Controller-Info. Da steht's auch drin. Nee, also wenn du jetzt ... Warte, ich schick's dir einfach. Ja, schön. Erzähl ruhig, wir schweigen wie ein Grab. Ja, ich wurde grad nach meiner diverse Größen von diversen Körperteilen gefragt und so. Deswegen, das wollte ich jetzt hier nicht so öffentlich machen. Was? Nee, nee, nee. Also Teamspeak hört man nicht im Stream. Man hört ... Man hört ... Man hört nur Juroscope und man hört quasi das Audio von Wetsim. Aber was im Teamspeak gesprochen wird, hört man nicht. Ja, genau. Ja, genau. Davon gibt's doch Bilder auf Discord. Die Bilder gibt's zum Glück, ich glaub noch nicht. Ja. Ich hab auch schon vorher, als wo ich kein Lotse war, gestreamt. Einfach nur Pilot fliegen durch die Gegend. Ich mach das ... seit zweieinhalb Stunden. Seit ich online bin. Ja. Ja. Nee, nee, ich hab da nicht reingehört, weil ich ... Das Problem war, wenn ich bei dir reinhöre, dann waren die anderen Frequenzen gleich mit Cross-Coupled und dann haben die halt auf der Tower-Frequenz auch deine Sachen gehört. Deswegen hatte ich hier's nicht gemacht. Genau, man hat so ein bisschen gesehen, was am Boden passiert, aber sonst hat man nix mitbekommen. Was für Kommentare, was meinst du? Ach so, nee, ja, die haben natürlich ... Der Chat hat gefeiert, wie ich mich hier am Abquälen war. Also, wenn ich ... Ich quatsch grad mit dem Kollegen im TeamSpeak. Also, der Kollege im TeamSpeak ist jetzt auch im Stream, der Delivery, und hört mich, deswegen quatsch ich grad. Das ist grad ganz schwierig. Also, er hört mich, er antwortet mir im TeamSpeak, und ich sprech aber nur so. Also, falls nicht wundern, ist es grad seltsam. Genau. Chat sagt hallo zum Delivery. Sagt ihm mal, er hat einen guten Job gemacht. Taxi Southbound, Holdshot, bravo. So, dann, Tower, schönen guten Abend. Reiner 889er, Rönigschworter, Charlie. Reiner 889er, Berlin Tower, hello. Taxi to Holding Point, Runway 25, reiht via Charlie and Lima 7. Holding Point, Runway 25, reiht via Charlie and Lima 7, reiht via 889er. So, da kommt der Fox. Er hat gar keinen Status mehr. Ich verstehe auch noch nicht, warum der mir hier angezeigt wird. Das ist irgendwie neu. Ja, auf geht's. Nächste Welle kann kommen. So schnell macht man bei einem Event mit. Bis 21 Uhr wollte ich machen. Ja, glaub ich. Ja, kannst du machen. Sobald, äh, also wenn ich offline bin, kann man, ist der für zwei Wochen oder so, also der ist für zwei Wochen auf Twitch und dann kommt er ein paar Wochen später auf YouTube. Nee, Mentor bin ich nicht. Nein, nein. Nee, es ist nur, genau. Komme 20, 1, Zulu. Ist das 21 Uhr Zulu oder 20 Uhr 1 Zulu? Inoffizieller VFR Event Manager. Ja, mal gucken. Einmal hab ich das gemacht. Mal gucken. 20 Uhr 1 Zulu. Okay, verstehe. Gut, 20 Uhr 1 akzeptiere ich noch. Kannst ja mal bei, bei Bremen Radar nach Priority Approach fragen oder so. What? I've got practice? Weiß ich nicht. Ryanair 8, 8, 9er, Wind 1, 6, 0 degrees, 1, 4 knots, 2, 5, 3, cleared for take-off. 2, 5, 3, cleared for take-off, Ryanair 8, 8, 9er. Kranker Passagier an Bord. Kranker Pilot an Bord. Danke fürs Wassermarsch. Eine Person an Bord und die ist krank, oder was? Weißt du was? Da wär gut, wenn der Kollege, ich hab doch immer diesen VfLer, sonst der sagt, eine Person plus Hund an Bord. Dann könnte wenigstens der Hund die Maschine weiterfliegen. Weiß nicht, was du meinst. Bei mir ist nix los. Nein, der Chat, der Chat macht nur, macht nur Späßchen. Nix, nix Ernstes. Ach, der mit Hund bin ich? Ach so, haha. Guck mal, so sammelt sich, werden so die Puzzleteile zusammengesetzt, die, die Personalakten weitergefüllt. Oh nein, ein Franz Soleil. Also dieses Kurs, ein Franz, 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 hier ist Franz, ich bin auf dem Weg nach Frankreich. Franz, Franz Soleil. Ich hasse es. Der hat sich auch nicht gemeldet, ist einfach über Bravo gerollt. Okay. Das muss unbedingt in dem Wetzel Aufnahmetest. Was bedeutet Hold Short Off? Und wann ist ein Runway vacated? Der Franz Soleil hier, 161, der hat das gecrossed. Nö, das hat sich halt nicht gemeldet. Ryanair 889er, Contact Bremen Raider, 120, Decimal, 340, bye bye. 1203, 440, 9889er, danke, schönen Abend. Gleichfalls. Dafür wartet er doch auf Victor One, laut Map. Ja, genau. Taxi via Victor One, Hold Short Off Bravo, alles klar, ich freue mal an Bravo komplett vorbei und bleib dann stehen. Good evening, from Fale 161, Hold Short Bravo. Hold Short Bravo, genau. Franz Soleil 161, Berlin Tower, hello, Wind 160 degrees, 140 knots, Rami 25 left, cleared for takeoff. 25 left, cleared for takeoff, Franz Soleil 161. Ich hab dir nicht mal gesagt, dass er irgendwie über Victor One, Mike Seven, taxi, sondern hat einfach direkt eine Takeoff-Clearance bekommen. An dieser Stelle ist das CPT beendet, sie sind leider durchgefallen. Ich bin auch einfach durch, ey. Also ich warte hier noch die Kollegen ab, die bis gesagt haben, sie kommen um 21 Uhr und bis dahin mit verbindeter geistiger Kapazität hier heute. Hello, Tower, Fox One Four, Hold Short Bravo. Air Fox One Four, Berlin Tower, hello. Taxi to holding point, runway 25 left, via Bravo in Mike 8. Bravo, Mike 8, 25 left, Air Fox One Four. Warum kann ich den nicht, warum ist der unbearbeitbar, ist der, ja, 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 alles klar, nee, danke, das passt schon. Ganz kurz, hast du bei der Air Fox One Four, hast du die aus Versehen assumed? Ich kann die nämlich nicht bearbeiten. Also kein Status setzen und nix. Keine Ahnung. Air Fox One Four, Line Up Runway, 25 left. Line Up 25 left, Air Fox One Four. Tower, guten Abend, Lot 4 Kilo Lima, Taxi via Victor Tunow. Lot 4 Kilo Lima, Berlin Tower, hello. Taxi to holding point, runway 25 left, via Victor 2, Mike 7. Taxi to holding point, runway 25 via Victor 2 and Mike 8, Lot 4 Kilo Lima. Lot 4 Kilo Lima, via Victor 2 and Mike 7, please. Correction, via Victor 2 and Mike 7, Lot 4 Kilo Lima, thank you. Air Fox One Four, Wind 160 degrees, 1,4 knots, runway 25 left, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 25 left, Air Fox One Four. Ransolay 161, contact Bremen Radar, 120, decimal 630, bye bye. With Bremen Radar, 120, decimal 630, Ransolay 161. Tower, hello, the Air Berlin 9er, Mike Alpha, Fox, road approaching Charlie. Air Berlin 9er, Mike Alpha, Berlin Tower, hello, taxi to holding point, runway 25 right, via Charlie and Lima 7. Taxi to holding point, runway 25 right, via Charlie and Lima 7, for Air Berlin 9er, Mike Alpha. Scary Yammer hätte die Intersection sagen müssen, denke ich, wenn es um den Takeoff-Kollegen da ging vorhin. Stehe in der Arrival-List. Sehr schön. Charlie 05, passt. Der hat Taxi. Lot 4 Kilo lieber, line-up runway 25 left. Line-up runway 25 left, and left and left and right here to procurement. Da sehe ich ihn, German Wings, 1 Yankee, Yankee, Yankee Echo. Da ist er auf dem Weg. Airfox 1-4, contact Bremen Radar, 1-2-0, dismiss 6-3-0, bye-bye. 1-2-0, 6-3-0, Airfox 1-4, danke, tschüss. Die FedEx, ist das FedEx? Fox. Data X-Ray? Ja, ne? 6 Alpha Tango ist auch im Descent. Öh, sehe ich aber noch nicht. Ihr seid immer noch die VfR dabei, Strausberg rumeiern. Gucken, ob die wieder zu mir zurück nochmal durch die Kontrollzone wollen. Also, bei 90 Knoten sollte man sich so 10 Meilen vorher melden, da so in etwa von der Entfernung. Lot 4 Kilo Lima, Wind 1-6-0-Degrees, 1-4-Nots, ran mit 2-5-Left, clear for take-off. Only 2-5-Left, clear for take-off, Lot 4 Kilo Lima. Airfox 1-4, contact Bremen Radar, 1-2-0, Decimal 6-3-0, bye-bye. Habe ich schon geschickt, ne? Ja. Air Berlin, Niner Mike Alpha, Wind 1-6-0-Degrees, 1-4-Nots, ran mit 2-5-Reit, clear for take-off. 2-5-Reit, clear for take-off, Berlin. Nein, immer geiler. Hallo, hallo. Aua, laut als Kommentar, ist auch gut. Schön. Was es nicht alles gibt. Ich dachte erst, ich habe erst Austrian laut gelesen, weil Aua ist glaube ich Austrian Airlines, das Tag. Lot 4 Kilo Lima, contact Bremen Radar, 1-2-0, Decimal 6-3-0, bye-bye. Contact Bremen, 1-2-0, Decimal 6-3-0, Lot 4 Kilo Lima, danke, tschüss. Nicht mehr laut, Lufthansa 198, Tech verschwunden. So, wie sieht es hier am Boden aus? Alles ruhig. Nicht mal, nicht mal ein Startup verteilt. Air Berlin Niner, Mike Alpha, Wind 1-6-0-Degrees, 1-4-Nots, runway 2-5-R, You are already airborne, oh mein Gott. Air Berlin Niner, Mike Alpha, contact Bremen Radar, 1-2-0, Decimal 3-4-0, sorry, bye-bye. What? 0-3-4-0, Berlin Niner, Mike Alpha, danke, tschau tschau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wollte ihm gerade eine Take-Off-Clearance geben, so durch bin ich. Okay, jetzt nochmal hier konzentrieren. Letzten paar grauen Zellen auf Hochtouren, volle Konzentrationen. Also ich sehe jetzt noch drei Flieger hier im Arrival. Ah, da ist die FedEx. So, wo ist er denn? Ist denn im Discord große Freude mit der Niner Mike Alpha? Ja. Ja. Oh, jetzt müsste die German Wings auch gleich mal hier auf Frequenz kommen. Der steuert hier schon wieder so in meine Richtung. Der VfR-Kollege. Berlin Turm, schönen guten Abend. Die Delta Echo Mike Papa Yankee 3,75 nautische Meilen von Wegpunkt, von Meldepunkt November entfernt. Delta Echo Mike Papa Yankee Berlin Turm, hallo. Delta Echo Mike Papa Yankee eine Cessna 172 ähm äh warte einen Moment Cessna 172 ungefähr jetzt 3 nautische Meilen vom Wegpunkt November entfernt. Äh erbittet Überflug von November zu Mike Delta Papa Yankee verstanden. Aktive Piste 2,5 links 2,5 rechts QNH 987 QNH 987 aktive Piste 2,5 links 2,5 rechts Delta Echo Mike Papa Yankee German Wings 1 Yankee Echo Chicken Tower hallo German Wings 1 Yankee Echo Berlin Tower hello Wind 1,6 0 degrees 1,4 knots runway 2,5 left clear to land Tower hallo Lufthansa 198 ILS 2,5 right Lufthansa 198 Berlin Tower hello Wind 1,6 0 degrees 1,4 knots runway 2,5 right clear to land Lufthansa 198 2,5 right clear to mal 1,5 1,5 1,5 God 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 will ich den nicht einfach hier reinschicken gerade. Also es wird 2,5 rechts. Was wird 2,5 rechts? Ach so, für die FedEx. Ah, verstehe. Okay, der dreht nach Süden. Delta Papa Yankee, fliegen sie von ihrer aktuellen Position direkt nach Maik, nicht unter 1.500 Fuß? Direkt nach Maik, nicht unter 1.500 Fuß Delta Echo, Maik, Papa Yankee. Und Delta Papa Yankee, nur zum Abgleich, aktuell werden sie mir auf 2.500 Fuß angezeigt. Ja, 2.500 Fuß ist korrekt. Ich habe letztendlich das Problem gelöst. Hervorragend. German Wings One Yankee Echo, welcome to Berlin, Taxi via Romeo, Alpha, hold short of Victor One. Romeo, Alpha, hold short of Victor One. Guck mal, hinter der Halterlinie gehalten. Lufthansa 1-9-8, Wind 1-6-0-Degrees, 1-4-Nots. Danke. Delta Papa Yankee Verkehr, ein Airbus A320 im 4-Meilen-End an Flugpiste 2-5-Rechts. Delta Echo, Maik, Papa Yankee, verstanden. Flugverkehr ist in sich. Lufthansa 1-9-8, Traffic, Light Aircraft VFA, crossing the airfield north to south, currently at 2.500 feet. Lufthansa 1-9-8, roger. Berlin-Turm, guten Abend, nochmal die Delta Echo Sierra Charlie. Delta Echo, Echo Sierra Charlie, Berlin-Turm, hallo nochmal. Ja, die Delta Echo Sierra Charlie ist ungefähr 3-9-Meilen von den Wegpunkten November entfernt auf 2.800 Fuß und erbitten den Durchflug durch die Kontrollzone von November, wenn es möglich ist, dann über den Südwesten verlassen, dass ich wieder nach Schönhang fliege, genau. Delta Sierra Charlie, das ist verstanden, aktive Piste 2-5 links, 2-5 rechts, QNH 986. Jo, sag einfach Bescheid. Aktive Pisten 2-5 links, 2-5 rechts unter aktueller QNH ist 986, die Delta Sierra Charlie. Und Delta Sierra Charlie, kennen Sie sich in der Gegend aus? Delta Sierra Charlie, Ja. Delta Sierra Charlie, dann fliegen Sie bitte in die Kontrollzone über November und folgen Sie der B101 direkt Richtung Schönhagen. Folgen der B101 zu Schönhagen, Dankeschön, Delta Sierra Charlie. Hallo, Lufthansa 9981, Standby, one second, ja, ja, das wird kein Problem sein. Lufthansa 9981, ähm, du, 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 IFR is canceled at time 2-0-0-3 Zulu, your position currently 5 miles on final runway 2-5 right, squawk VFR and after the touch and go join right traffic circuit runway 2-5 right. Lufthansa 9981, squawk VFR, IFR canceled and we will continue after touch and go with the right traffic circuit runway 2-5 right. Spannend. Was ist denn das für eine Lufthansa? A319. Germanwings1, Yankee Echo, contact Berlin Apron, 1-2-1, decimal 855, bye-bye. 1-2-1, decimal 855, danke, schön, stream noch, chicken. Ciao, ciao. Lufthansa 198, contact Berlin Apron, 1-2-1, decimal 855, bye-bye. 1-2-1, 855, Lufthansa 198, ciao. Lufthansa 9981, Wind 1-6-0-Degrees, 1-3-Nots, runway 2-5-right, clear, touch and go. Berlin Tower, good evening, FedEx 6 Alpha Tango, established ILS 2-5-right. FedEx 6 Alpha Tango, Berlin Tower, hello, you're number 2. Number 2, 6 Alpha Tango. So, dann muss ich tatsächlich noch die VfR abwarten, bevor ich hier zumache. Tower, good evening, Air China 3-1-8, ILS 2-5-left. Air China 3-1-8, Berlin Tower, hello, Wind 1-6-0-Degrees, 1-3-Nots, runway 2-5-left, clear to land. Clear to land, 2-5-left, Air China 3-1-8. Delta Echo, Mike Papajenki, jetzt bei melde.mike. Delta Papajenki, verstanden, verlassen der Frequenz genehmigt, noch einen schönen Flug. Verlassen der, äh, verlassen der Frequenz genehmigt, äh, und schönen Tag dir auch noch, äh, und, äh, genau, ciao, ciao. Ciao, ciao. Aber cool, vielen Dank für, für die netten Worte. Moment, Moment. Äh, Delta Sierra Charlie, Traffic, Airbus A319, VFR, Departing Runway, äh, Delta Sierra Charlie, Verkehr, ein Airbus A319, VFR, gerade gestartet von der Piste 2-5-rechts und fliegt dann in die Rechtsplatzrunde, Piste 2-5-rechts. Delta Sierra Charlie, auf Englisch können wir es auch machen, aber der Verkehr ist in Sicht, Delta Sierra Charlie. Und Lufthansa 99981, Traffic, Light Aircraft VFR, Cessna 172, currently at your 1 o'clock, 3 miles, 2000 feet. Traffic inside, 99981. FedEx, 6 Alpha Tango, Wind 1-6-0 degrees, 1-3 knots, runway 2-5-rechts, clear to land. 2-5-rechts, clear to land, FedEx, 6 Alpha Tango. Ich habe die alle geschickt, ja. And FedEx, 6 Alpha Tango, Traffic, Airbus A319, in right traffic circuit, runway 2-5-rechts, VFR. We are looking for the traffic, we have it on the T-Cars, 6 Alpha Tango. Lufthansa 99981, Traffic, Airbus A300, on a 2-mile final runway, 2-5-rechts. Lufthansa 99981, Traffic inside, request full stop. Lufthansa 99981, Roger, follow the mention traffic, onto final runway, 2-5-rechts, number 2. Number 2, joining by band, mention traffic, Lufthansa 99981. 1-2-1-8-4-5, warum, warum, German beings, why are you looking for Air China 318? Air China 318, welcome to Berlin, taxi via Romeo, Alpha, hold short of Victor 1. Via Romeo, Alpha, hold short of Victor 1, Air China 318. Warum steht die German Wings noch da? Da ist keiner, meinte er muss, was muss er machen? Kein April mehr online? Okay. Moment, Moment, Moment. German Wings, one Yankee, Echo Berlin Tower, can you read me? German Wings, one Yankee, Echo, taxi to Gate, Charlie 05, via Victor 1 and Echo. Victor 1 and Echo, to send Charlie 05, danke. Also Delta Sierra Charlie, die B101, ist ein bisschen woanders. 970 back, we're you taxiing via Echo, we'll hold short of Robert. With 970 back, Berlin Tower, hello, taxi to Holding Point, runway 25 left, via Bravo and Mike, City 25 left, via Bravo and Mike 8, with 970 correct. Lufthansa 99981, wind 16, zero degrees, one three knots, ran mit 25 right, clear to land. 25 right, clear to land, request Lima 6, Lufthansa 99981. Lufthansa 99981, vacate via Lima 6 approved. Lima 6 approved, 99981. Paddick 6, Alpha Tango, welcome to Berlin, taxi to stand 25, via Kilo 1, November 1. Stand 25, via Kilo 1, November 1, verdex, 6, Alpha Tango. Wo geht's weiter? Der Air China-Kollege. Air China 318, taxi to Gate, Bravo 09, via Victor 1. Gate Bravo 09, via Victor 1, Air China 318. Heute sind ja hier noch sechs Meilen. Sind wir bestimmt zum GAT. Oh, nicht schlecht. Tatsächlich geschafft. Nie mal sechs. Swiss 987 Quebec, wind 16, zero degrees, one three knots, runway 25 left, cleared for takeoff. Takeoff 25 left, Swiss 987 Quebec. Lufthansa 99981, welcome to Berlin, any preferred parking stand. 99981, would like to go to the GAT. 99981, taxi to the GAT via Lima 6. GAT via Lima 6, stop by the 99981, danke. Mach mal. Der ist unterwegs, der ist unterwegs, sind alle unterwegs, der ist angekommen. Dann lasse ich hier noch den VFR weg. Delta Sierra Charlie, verlassen Sie die Kontrollzone auf aktuellem Steuerkurs. Das Verlassen der Frequenz ist genehmigt. Einen schönen Flug noch. Bleiben wir auf dem aktuellen Kurs. und ja, wir haben auch den Verkehr vor uns in Sicht. Delta Sierra Charlie, danke schön fürs Hausen. Schönen Abend ja noch. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ich freue mich, Echo OnBlock. Danke für den Service. Hab einen schönen Abend und gute Erlösung. Danke fürs Fliegen. Ciao, ciao. So, dann kriegt die Easy noch einen Takeoff und dann war es das. Ciao, wir sind auf den Easy 8, Julia Charlie, April Mike 7. Easy 8, 6, Julia Charlie, Berlin Tower, hello, Taxi to Holding Point, Runway 2, 5 left, via Victor 2, Mike 7. Easy 5, via Vits 2, Mike 7, Easy 8, 6, Julia Charlie. Nee, die nehme ich nicht mehr. Ich habe jetzt den Apron auch crossgekappelt gehabt, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich hatte jetzt den Apron gekrosskappelt, weil da irgendwie nichts mehr passiert ist. War es schon. Wir haben Blocks. Wir danken für den Service und wünschen einen schönen Abend. Tschüss. Danke fürs Fliegen. Ciao, ciao. Nö, Unicom. Swiss 9, 7, Quebec, no further ATC available, Monitor Unicom, 1, 2, 2, decimal 8, bye bye. 2, 2, decimal 8, Swiss 9, 7, Quebec, bye bye. Easy 8, 6, Juliet Charlie, Wind 1, 6, 0 degrees, 1, 3 knots, runway 2, 5 left, cleared for takeoff. Equest 8, 25, was ist hier, sehr, 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 schau. And all stations, all stations, Berlin Tower is now closing, Monitor Unicom, 1, 2, 2, decimal 8, bye bye. Danke fürs losen, Chris B. Immer gerne. So, Disconnect, Disconnect, Disconnect. Alter Schwede, das muss ich mir auf jeden Fall speichern, den Verkehr hier heute. Da mache ich mal, da mache ich mal ein Video draus, das da so im Zeitraffer, mal die Perspektive vom Boden und Perspektive von der Luft, aus der Tower Perspektive, und dann kann man sich das mal geben, wie so drei Stunden an einem Nicht-Event-Abend in Berlin aussehen kann. Also, an der Stelle, vielen, vielen lieben Dank an alle Lotsen, die heute mit dabei waren, vielen lieben Dank an alle Piloten, die mit dabei waren. Es war super anstrengend und ziemlich chaotisch, aber wir haben das trotzdem insgesamt, glaube ich, ganz gut gemacht. Verbesserungspotenzial gibt es ja immer, aber, ja, ne? heute noch einen schönen Screenshot von irgendwas. Rechte vom Parkplatz, aber vom Innenbereich, ne, der ist nicht schön. Ich habe nämlich vergessen, während hier ein paar Flieger stehen, mal einen hübschen Screenshot zu machen. Deswegen müssen wir das jetzt irgendwie nachholen. Ne, davon da hatte ich schon, ich glaube, von den Luftballons, wir können ja mal die Luftballons hier nehmen. Luftballons bei Nacht. Screenshot. So, ansonsten, Ankündigung habe ich keine weiter zu machen. Nächste Woche Donnerstag ist offizielles Event Berlin Thursday. Ich habe mich auf dem Südturm eingetragen und werde da höchstwahrscheinlich dann auch da sein. Jo, danke dir, mach's gut. Ähm, ich werde also, ähm, werde da also dann auf dem Südturm sein und, jo, ansonsten habe ich nichts weiter. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Wenn ihr das gerade auf YouTube seht, hinterlasst mir gerne ein Like, abonniert den Kanal, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit, wenn ich mal wieder unterwegs bin. Ähm, und, ja, ansonsten, mein Twitch-Kanal ist verlinkt in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann auch jederzeit gerne vorbeischauen bei den ganzen anderen netten Leuten, die heute auch hier dabei waren. Und ansonsten, eine Ankündigung gibt's bei mir auf dem Discord-Server, lief ja schon oft genug durch den Chat. Ich bin fertig für heute. Ich bin einfach durch. Macht euch noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittagabend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.